Liebe Teilnehmende, herzlich willkommen zum Grundkurs strategische Wärmeplanung. In dieser Woche wird der Deutsche Bundestag aller Voraussicht nach das Wärmeplanungsgesetz verabschieden, das dann zum 1. Januar 2024 in Kraft treten wird. Und damit wird endlich Realität, worüber lange gestritten und diskutiert wurde. Viele Akteure, speziell in Kommunen, fragen sich dann natürlich, was kommt auf uns zu, wie können wir die Wärmeplanung umsetzen und vor allem, wie können wir eine Wärmeplanung zum Erfolg führen. Der Informationsbedarf ist groß und wir freuen uns, dem nachkommen zu können und freuen uns auch sehr über das sehr große Interesse. Mein Name ist Sabine Drewes. Ich bin bei der Heinrich-Böll-Stiftung Referentin für Kommunalpolitik und Stadtentwicklung und werde diesen Grundkurs moderieren. Und ich freue mich sehr, als Referentin und Hintergrundmitarbeiter zwei Mitarbeiter der Energieagentur Kreis Ludwigsburg vorstellen zu können. Und zwar Raphael Grusek und Steffen Petruch. Die beiden arbeiten im Wärmebereich der Energieagentur. Wir haben im vergangenen Jahr schon mal zusammen ein Webinar gemacht. Und ich freue mich, dass wir noch mal eine Neuauflage starten können, jetzt vor dem Hintergrund der aktuellen Rahmenbedingungen. Ja, also Raphael Grusek macht den Input. Steffen Petruch wird im Hintergrund die Frage- und Antwortmoderation unterstützen. Und die Chat-Moderation wird von meiner Kollegin Anke Bremer übernommen. Wärmeplanung ist ja mehr als ein Wärmekataster zu erstellen. Und wir gehen der Frage nach, wie die Wärmeplanung zu einer möglichst schnellen erneuerbaren Wärmezukunft führen kann. In diesem Zusammenhang geht es heute, also wir haben ja zwei Teile. Heute ist der erste Teil. Geht es heute um den Zusammenhang von der Wärmeplanung mit dem Gebäudeenergiegesetz und wie man in der Kommune zu einer aussagekräftigen Wärmeplanung kommt. Morgen werden wir uns dann noch mal etwas enger mit den Fernwärme-Eignungsgebieten befassen und damit, wie man eigentlich Akteure bekommt für die Umsetzung von grüner Fernwärme. Ja, soweit der Einstieg und dann würde ich Raphael Grusek bitten zu starten. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, besten Dank, dass ich heute hier sein kann und Ihnen ein bisschen was zur kommunalen Wärmeplanung erzählen kann. Damit starten wir doch auch direkt. So, genau, mein Name ist Raphael Grusek. Ich arbeite bei der Energieagentur Kreis Ludwigsburg. Hier haben wir unter anderem die regionale Beratungsstelle zur kommunalen Wärmeplanung in der Region Stuttgart-West. Das heißt, wir begleiten schon seit drei Jahren Kommunen bei der kommunalen Wärmeplanung, haben da Verschiedenes mitbekommen. Als Energieagentur ist unser Fokus generell ein bisschen breiter. Wir haben natürlich auch die ganze Bauberatung, Mobilität und so weiter. Aber Schwerpunkt von mir und meinem Kollegen Steffen Petruch ist eben die Wärmeplanung, wozu wir heute so ein bisschen unser Wissen mit Ihnen teilen dürfen. Jetzt erst mal vorab ganz kurz, wo bewegen wir uns denn eigentlich? Jetzt 2024, das nächste Jahr steht schon fast vor der Tür. Da werden wir ziemlich neue Rahmenbedingungen in der Wärmewende begegnen. Zum einen ist das Gebäudeenergiegesetz durch. Es wird beschlossen, im September diesen Jahres wurde es beschlossen. Was gänzlich neue Rahmenbedingungen gesetzt, sehen wir gleich. Dann warten wir noch auf die Novelle der BEG, der Bundesförderung für effiziente Gebäude. Die sollte auch noch dieses Jahr beschlossen werden. Die soll schließlich auch zum 1. Januar 2024 in Kraft treten. Dann haben wir gerade schon von Sabine Treves gehört, das Wärmeplanungsgesetz soll im Laufe von dieser Woche beschlossen werden. Mal schauen, ob das noch in dieser Woche was wird oder ob sich das noch mal in zwei Wochen eine Sitzungsperiode verschiebt. Und dann haben wir schon seit letztem Jahr die Bundesförderung für effiziente Wärmenetze. Und das heißt, wir haben sowohl jeweils für die individuelle Gebäudeversorgung, wie auch die Wärmenetze, neuen gesetzlichen Rahmen, wie auch jeweils neue und angepasste Förderprogramme. Und da steht jetzt eigentlich gar nichts mehr im Weg, dass man mit der Wärmewende wirklich starten kann. Was wir immer ganz häufig merken, der Wissensmangel. Was steht da eigentlich drin? Welche Möglichkeiten gibt es und so weiter? Das ist fast in letzter Zeit eines der größten Hemmnisse oder vielleicht das erste Hemmnis, auf das man stößt. Und deshalb sprechen wir heute hier so ein bisschen drüber. Wie gliedert sich das? Im ersten Teil gehen wir sehr intensiv auf das Gebäudeenergiegesetz ein. Dezentrale Gebiete, Wärmenetzgebiete, Wasserstoffeignungsgebiete und ich nenne es gerne Notlösung und auch den Förderrahmen. Und im zweiten Teil das Wärmeplanungsgesetz und die Verbindlichkeit der Wärmeplanung. Warum tun wir jetzt hier sehr viel über das GEG erstmal berichten? Naja, das GEG, dieser erste Teil heute, ist das, was alle Gebäudeeigentümer in sehen, tagtäglich sozusagen oder immer, wenn sie sich mit ihrer Heizung beschäftigen. Das ist sowohl für BürgerInnen, für Unternehmen, aber auch für sie als Kommune, denn auch die Kommune besitzt Gebäude, ist das erstmal das Unmittelbare. Das, wo man irgendwelche gesetzlichen Pflichten sieht beim nächsten Heizungstausch, das, was einen da beschäftigt. Und deshalb ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass wir das erstmal verstehen. Worum geht es denn hier eigentlich? Was ist das Unmittelbare? Und daraus kommen verschiedene Fragestellungen und gerade auch von Bürgern. Das kann sehr emotional sein, sehr direkt oder auch tiefergehend. Komplizierte Dinge, die man gar nicht so einfach beantworten kann. Und da versucht es, das Wärmeplanungsgesetz anzusetzen und auf diese Fragen Antworten zu geben. Das heißt, wenn wir irgendwie die Wärmeplanung betrachten, müssen wir eigentlich immer aus Sicht von Gebäudeeigentümern schauen. Wie gesagt, das kann sowohl Privatperson sein, Unternehmen, sie als Kommune. Und das muss eigentlich der Auftrag des Wärmeplanungsgesetz sein, hier darauf Antworten zu finden. Genau. Letzter Punkt hier, ganz am Ende ist die Verbindlichkeit. Das ist auch wirklich ein ganz wichtiger Punkt, weil da im öffentlichen Diskurs sehr viel durcheinander geht. Morgen haben wir dann nochmal einen zweiten Teil. Da haben wir eher den Fokus auf die Umsetzung. Und sowohl die Umsetzung mit bestehenden Akteuren. Wie kriegen wir das hin, wenn wir zum Beispiel schon Stadtwerke haben oder ähnliche Akteure. Oder eben aber auch in Kommunen, wo es das noch gar nicht gibt. Beides sind relevante Fälle. Beides ist gar nicht so einfach. Und da legen wir morgen unseren Fokus drauf. Wie kommen wir jetzt tatsächlich in die Umsetzung? Was kann da die Kommune beitragen? Wie kommen wir da vorwärts? Genau, dann schauen wir mal in die Novelle des Gebäudeenergiegesetzes rein. Genau. Das Gebäudeenergiegesetz wurde am 8. September diesen Jahres im Bundestag beschlossen. Und der eigentlich wirklich zentrale Satz, ich finde, der in der ganzen Debatte komplett untergegangen ist, ab 2045 dürfen keine fossilen Heizungen mehr betrieben werden. Das war auch politisch absolut unumstritten. Nur der Weg dahin ist sehr umstritten. Das heißt, an dieser Stelle ist wirklich klar, okay, 2045 darf ich keine Heizung mehr mit Erdgas oder Erdöl betreiben. Wenn ich jetzt aber davon ausgehe, dass eine Heizung üblicherweise eine Lebensdauer von 20 Jahren hat, dann ist eigentlich klar, dass jede neue verbaute Heizung klimaneutral sein muss. Denn wenn ich jetzt eine neue Heizung einbaue, die nicht klimaneutral ist, dann werde ich sie vor dem Ende ihrer Lebenszeit rausreisen müssen. In Baden-Württemberg ist das Ganze noch ein bisschen extremer. Hier wollen wir schon 2040 klimaneutral sein. Ob so eine Verschärfung vielleicht auch mal auf Bundesebene noch kommt, steht noch ein bisschen in den Sternen. Aber da sieht man schon, oh, das sind schon noch 16 Jahre. Das heißt, alle fossilen Heizungen, die wir die letzten vier Jahre eingebaut haben, werden definitiv vor dem Ende ihrer Lebenszeit rausgerissen werden. Und daher ist das wirklich jetzt ganz wichtig, dass wir sehr gut überlegen, was ist die nächste Heizung. Das Gesetz ist so aufgebaut, dass grundlegend alle neu eingebauten Heizungen ab dem 1., 1.24 bis 65 Prozent erneuerbare Energie nutzen müssen. Aber dafür gibt es verschiedene Übergangsregelungen und Notlösungen. Das wollen wir uns jetzt auch gleich anschauen. Das hier ist die Übersicht für das Gesetz. Das Gesetz wurde recht kompliziert. Man sieht hier sehr viele Pfeile. Man sieht hier, wie verschiedenste Dinge aneinander zusammenhängen. Und man sieht hier auch immer wieder die Paragrafen. Das ist eine Übersicht vom GEH, dem Verband der Energieberatenden. Das ist eine sehr, sehr gute Übersicht. Und da will ich es jetzt einmal durchführen und beziehungsweise einzelne Fokus legen, dass wir das uns einfach einmal kurz gemeinsam anschauen. Erstmal eine ganz wichtige Aussage. Ganz grundsätzlich. Alle fossilen Heizungen dürfen eben bis 2045 genutzt werden und entsprechend auch repariert werden. Ab dann eben nur noch erneuerbare Energien genutzt werden. Aber bis dahin dürfen Sie mit Ihrer bestehenden Heizung machen, was Sie wollen. Ist gar kein Problem. Nur eben, es geht nur immer um die neu eingebaute Heizung. Da muss man eben dann sich etwas tiefer ins Gesetz rein bemühen. Aber das hier gab es ja auch schon verschiedene Schlagzeilen Anfang des Jahres, die diesen Punkt hier in Frage gestellt haben. Aber der stand eigentlich von Anfang an so drin. Dann, was auch quasi fast unverändert geblieben ist, ist der Paragraf hier. Und zwar eine neu eingebaute Heizung muss mindestens 65 Prozent erneuerbare Energien aufweisen. 65 Prozent erneuerbare Energien, ja, das kann ich auf verschiedene Wege machen. Und das Gesetz zieht eine ganze Liste vor an Optionen. Und zwar ist das immer zweierlei. Es gibt zum einen die Liste, welche Technologien möglich sind. Es gibt aber zusätzlich auch noch Vereinfachungsregeln. Da wollen wir nicht so tief ins Detail gehen, aber die Liste lesen wir uns einmal kurz durch. Und ja, ich habe es mir mal vorweggenommen, um die Dinge auch so ein bisschen zu bewerten. Welche Optionen gibt es? Klar, Wärmenetzanschluss, da wo Wärmenetze liegen. Falls eins liegt, muss man sich überlegen, ob man sich anschließt. Wunderbar. Eine Wärmepumpe geht prinzipiell überall. Manchmal mit mehr Herausforderung, manchmal mit weniger. Schauen wir uns nachher noch näher an. Dann, was auch im Gesetz drinsteht, ist, sind Stromdirektheizungen. Vom Begriff her eher ein bisschen fremd. Nachtspeicheröfen kennt man viel eher. Ja, Stromdirektheizungen dürfen auch weiterhin neu eingebaut werden, aber bei Neubauten nur, wenn es sich um Passivhäuser handelt und in Bestandsgebäuten nur bei guten Häusern, weil das ist einfach ein sehr hoher Strombedarf. Und es muss schon einen sehr guten Grund geben, dass man da nicht eine Wärmepumpe einbaut. Eine Solarterminanlage darf ich ohne Probleme weiterhin nutzen. Da habe ich aber immer das Problem, dass natürlich eine Solarterminanlage, abgesehen mal von Sonnenhäusern, nicht meinen gesamten Jahresbedarf decken kann. Und daher ist das nur eine Ergänzung. Biomethan kann ich auch nutzen, hat ein hohes Kostenrisiko. Grenzenverfügbarkeit, schauen wir uns noch mal an. Holz beziehungsweise Pellets, auch da ein Kostenrisiko. Ja, und dann noch Wärmepumpenhybridheizung. Bei einer Wärmepumpenhybridheizung nehme ich eine Wärmepumpe und kombiniere die mit einer Gasheizung. Das Ärgerliche ist da, ich erfülle das Gebäudeenergiegesetz, aber ich bin halt immer noch nicht klimaneutral. Ich habe häufig sogar sehr hohe Investitionskosten, weil ich zwei verschiedene Heizungssysteme kombiniere. Auch in den laufenden Kosten habe ich zwei Heizungssysteme. Das lohnt sich in sehr, sehr wenigen Fällen tatsächlich. Das lohnt sich vor allem in Fällen, wenn ich sage, ich weiß, dass ein großer Sanierungsschritt ansteht in drei, vier Jahren kann. Und bis dahin nutze ich eine Wärmepumpenhybridheizung und danach schalte ich die Gasheizung. Was das Wichtige ist bei all diesen Optionen, wir müssen uns bereits heute Gedanken machen, was ist die sinnvollste Lösung für die Zukunft. Ich zeige euch hier mal ein Bild aus der Wärmeplanung in Ludwigsburg. Da ist das Ergebnis der Wärmeplanung wie folgt. Alle gelben Kacheln, sagt man, da soll ein Wärmenetz hinkommen und bei grauen Kacheln, da ist eine dezentrale Versorgung. Das heißt, von diesen vielen Optionen jetzt erstmal, sehen wir jetzt hier in dieser Karte eigentlich nur zwei. Wenn man sich dann diesen Bericht noch näher durchliest, sieht man, dass das sogar noch eindeutiger ist, nämlich dass eigentlich die klare Ansage ist, ja entweder wird es ein Wärmenetz oder Wärmepumpen. Das sind die Optionen, die wirklich in einer ganz breiten Masse die sinnvollsten sind. Holzstoffe sind viel zu begrenzt. Biomethan brauchen wir in anderen Sektoren, viel dringender und so weiter. Und so, dass wir eigentlich sehen, es geht inzwischen eigentlich hauptsächlich darum, die Frage, wo kommen Wärmenetze hin und wo Wärmepumpen. Und das ist eine ganz, ganz zentrale Frage, die sich jeder Gebäudeeigentümer stellen kann, aber der kann halt nicht beantworten, wo ein Wärmenetz hinkommt. Aber diese Unsicherheit, ja okay, sollte er jetzt hier eine Wärmepumpe einbauen, kommt vielleicht doch noch ein Wärmenetz bei ihm in der Straße, die bleibt. Und genau da kann eben die Wärmeplanung nachher unterstützen. Das schauen wir uns nachher konkreter an, wie das funktioniert. Das heißt, klares Ergebnis von vielen Wärmeplänen, die wir hier begleitet haben, Wärmenetze und Wärmepumpen sind die sinnvollsten und wahrscheinlichsten Erfüllungsoptionen für die 65 Prozent erneuerbare Energien. Und das ist das, was in der großen, breiten Masse kommen wird. Kommt natürlich nicht von allein, aber das schauen wir uns an. Genau, dann schauen wir da einmal konkreter. Dezentrale Gebiete. Ich habe es jetzt gerade schon so ein bisschen vorweggenommen und gesagt, in dezentralen Gebieten sind es Wärmepumpen. Ich möchte hier eine Argumentation hinbringen, einmal aufzeigen, warum es Wärmepumpe ist und zum Beispiel nicht Wasserstoffbrennwertkessel. Wenn wir in Zukunft von Wasserstoff reden, dann ist es sehr, sehr wichtig, dass wir erneuerbaren Wasserstoff nehmen. Das heißt, wir nehmen Wasserstoff, der aus Strom hergestellt wurde, genauso wie die Wärmepumpe auch mit Strom betrieben wird. Und wenn wir jetzt 100 Kilowattstunden Strom zum Beispiel nehmen, daraus Wasserstoff herstellen und den Wasserstoff wieder verbrennen, dann landen wir danach nur bei 64 Kilowattstunden Wärme, die im Gebäude ankommen. Wenn wir hingegen dieselbe 100 Kilowattstunden Strom nehmen und die in der Wärmepumpe nutzen, dann kann ich mit der Wärmepumpe zusätzlich noch Umweltwärme nutzen, das heißt aus der Luft oder aus dem Erdreich und mache dann eben aus 100 Kilowattstunden 300 Kilowattstunden. Das heißt, aus derselben Menge Strom habe ich hier am Ende fünfmal so viel Wärme in der Wärmepumpe wie im Brennwertkessel. Das dürfte offensichtlich sein, dass das wesentlich günstiger ist, die Wärmepumpe zu nutzen, wie andersrum. Das heißt, das ist somit einer der Hauptgründe, warum auch langfristig die Wärmepumpe sich durchsetzt. Kurzfristig ist Wasserstoff noch gar nicht verfügbar. In dezentralen Gebieten sehen wir tatsächlich dann, dass sich sogar meistens die Luftwärmepumpe durchsetzt. Ja, Erdwärmesonden wäre sinnvoller, aber machen die wenigsten aus Investitionskostensicht. Wenn es über Luftwärmepumpen sind, haben wir natürlich Emissionsprobleme, also Geräuschkulisse. Gerade bei älteren Gebäuden, die einen hohen Wärmebedarf haben, haben wir eher mal Geräuschprobleme. Das heißt, da muss man dann eben schauen, bis zu welchem Punkt ist das in Ordnung und ab wo kann man den Leuten eben stattdessen ein Wärmenetz anbieten. In allen dezentralen Gebieten, wo ich jetzt schon ausweise und sage, hier kommt kein Wärmenetz hin, haben die Leute Planungssicherheit. Die wissen, ah ja, okay, meine nächste Heizung wird höchstwahrscheinlich eine Wärmepumpe. Das heißt, das ist sehr, sehr wertvoll, dass ich dezentrale Gebiete in der Wärmeplanung nachher ausweise. Und die können jetzt schon mal zum einen schauen, dass ihr Haus niedertemperatur-ready ist, NT-ready. Das heißt zum Beispiel Heizkörper vergrößern, dass ich die Vorlauftemperatur absenken kann oder kleine Sanierungsarbeiten durchführen, die vielleicht sowieso anstehen, wie ein Fenstertausch, Kellerdeckendämmung. Mit jedem Sanierungsschritt, den ich an dem Gebäude durchführe, kann ich dann die Vorlauftemperaturen absenken und die Wärmepumpen werden effizienter. In dezentralen Gebieten ist dann eben schon heute, auch wenn es gesetzlich dann noch erlaubt ist, aber zum 1.1.24 die Möglichkeit, sollte niemand mehr eine fossile Heizung einbauen. Das heißt, diese Option, die sehen wir nachher, ja, ich darf nochmal fossile Heizung einbauen, ist in dezentralen Gebieten nicht notwendig. Das heißt, aus Wärmeplanungssicht, wenn Sie jemandem nachher sagen, hier ist ein dezentrales Gebiet, hier kann ich eine individuelle Heizung einbauen, ist das am sinnvollsten. Auch für den Stromnetzausbau sind dezentrale Gebiete total wichtig, weil wir haben Planungssicherheit in jedem dezentralen Gebiet, wo wir sind, weiß der Verteilnetzbetreiber, dass das Netz ausbauen kann. Das heißt, umso früher wir dezentrale Gebiete ausweisen, haben alle Planungsakteure Planungssicherheit und können alle beteiligten Akteure und können eben frühzeitig anfangen. Zum Stromnetzausbau, da gibt es ganz häufig die Sorge, ja, ich darf nicht, dass die Netze nicht ausreichen, ich kann nicht mehr Wärmepumpen anschließen und so weiter. Der Verteilnetzbetreiber, ich höre von den Ersten, die sagen, ja, hier, wir haben jetzt einen Stopp gemacht, dass Leute keine Wärmepumpen mehr einbauen dürfen und so weiter. Ich möchte da nicht im Detail drauf eingehen, aber prinzipiell genau an dieser Stelle wird auch schon lange dran gearbeitet. Es wird gerade von der Bundesnetzagentur was erarbeitet, die netzorientierte Steuerung von steuerbaren Verbrauchseinrichtungen und steuerbaren Netzanschlüssen. Dabei geht es vor allem um den Betrieb von E-Ladestationen, Wärmepumpen und Batteriespeichern. Und diese Verordnung soll zum 01.01.2024 in Kraft treten und ab da hat jeder einen Anspruch, seine Wärmepumpe anzuschließen. Und der Netzbetreiber muss ihn dann anschließen und muss ihn versorgen. Und wenn es nicht ausreicht, das Netz, also in einer Extremsituation, dann darf er diese steuerbare Verbrauchseinrichtung wie Wärmepumpe oder E-Lade soll dimmen, also in ihrer Leistung reduzieren, aber maximal auf 4,2 kW. 4,2 kW reicht immer noch ziemlich gut für eine Wärmepumpe und das Ganze ist auch noch begrenzt auf zwei Stunden am Tag und der Netzbetreiber muss ausbauen. Das heißt, dieses Argument, Wärmepumpen überall funktionieren, nicht wegen Stromnetzen, das ist erkannt, das wird angegangen, das wird gelöst, aber wir müssen es frühzeitig lösen. Also deshalb ist Wärmeplanung wichtig, dass wir hier wirklich auch ins Tun kommen mit Netzenausbau. Jetzt schauen wir uns Wärmenetzgebiete an. Wie sind die denn reguliert im GEG? Da gibt es im GEG Prinzip zwei Möglichkeiten für Wärmenetzgebiete. Klar, das erste ist offensichtlich, ich habe schon ein Wärmenetz, ich schließe mich daran an, fertig. Dann bin ich in den 65% EE-Optionen. Aber wir wollen ja Wärmenetz jetzt auch massiv ausbauen, das steht auch im Wärmeplanungsgesetz stark drin. Und das heißt, wir werden ganz häufig erleben, bei Gebäudeeigentümern geht die Heizung kaputt und das Wärmenetz ist noch nicht da. Jetzt haben die zwei Möglichkeiten, bauen Sie entweder wieder eine Wärmepumpe ein. Wenn Sie eine Wärmepumpe einbauen, dann werden Sie sich dauerhaft nicht ans Wärmenetz anschließen. Oder aber wir erlauben Ihnen nochmal eine fossile Heizung einzubauen und dann, sobald das Wärmenetz kommt, schließen Sie sich an. Da ist im GEG-Entwurf eine Option vorgesehen, das ist § 71j, der eben sagt, ja, Gebäudeeigentümer dürfen, wenn Ihre Heizung kaputt geht, immer ganz ohne Probleme nochmal eine fossile Heizung einbauen, eine sogenannte Übergangsheizung. Aber Sie müssen dann eben einen Vertrag unterschreiben, das mit dem Wärmenetzlieferanten, dass Sie sich innerhalb von zehn Jahren an diesem Wärmenetz anschließen und mindestens 65 Prozent erneuerbare Energien nutzen. Und dieser Paragraph ist von dem Seite so ein bisschen schwierig, weil plötzlich der Wärmenetzbetreiber dem Kunden zusichert, dass er innerhalb von zehn Jahren wirklich mit dem Wärmenetz kommt. Ich weiß nicht, wie viele von Ihnen in den Kommunen leben und arbeiten, wo es schon Wärmenetzbetreiber gibt. Meine Erfahrung ist eher, die meisten Wärmenetzbetreiber tun sich nur schon schwer, zwei, drei Jahre Planungssicherheit nach draußen zu kommunizieren. Und so ein Paragraph, wo man wirklich sagt, okay, auf zehn Jahre Planungssicherheit, das werden nur sehr wenige Netzbetreiber machen. Weil wenn sie nicht mit dem Wärmenetz kommen, dann müssen sie Schadensersatz zahlen, nämlich diese Übergangsheizung sozusagen finanzieren. Das ist der Grund, warum wir sehen, dieser Paragraph, der im GEG gibt, der auch sehr, sehr gut eigentlich ist, wird wahrscheinlich in der Realität selten genutzt werden. Das heißt, Gebäudeeigentümer, deren Heizung kaputt geht, wo klar ist, in zehn Jahren kommt ein Wärmenetz, da wird der Netzbetreiber das nicht anbieten, die können das dann nicht nutzen. Es gibt aber eine andere Option, nämlich es gibt die allgemeine Übergangsfrist von fünf Jahren. Wenn eine Heizung kaputt geht, darf ich immer noch mal fünf Jahre eine beliebige Heizung einbauen. Und da baue ich dann als Gebäudeeigentümer auf eigenes Risiko noch mal eine Gasheizung ein, zum Beispiel, oder von mir sogar eine Ölheizung. Und wenn dann das Wärmenetz innerhalb von fünf Jahren kommt, kann ich mich anschließen. Und das ist eine Option, die ganz ohne Haftungsrisiko für den Netzbetreiber auskommt und für beide Seiten, glaube ich, sehr akzeptabel ist. Weil, dass der Netzbetreiber auch fünf Jahre zusichert, ja, er kommt mit dem Wärmenetz und dass dann der Kunde aber auch sagt, ah ja, okay, das kann ich dem Netzbetreiber glauben, der hat hier ein großes Vertrauen vor Ort, ich baue nochmal so eine Übergangsheizung ein und schließe mich dann an. Je nachdem, gibt es vielleicht sogar eine Contracting-Lösung, die der Wärmenetzbetreiber anbietet. Und das hier ist eine Option, die wir in Zukunft sehr, sehr häufig sehen werden, die eben das GEG einräumt. Und diese, was dafür aber die Notwendigkeit ist, dass wir für den Wärmenetzausbau mindestens fünf Jahre Planungssicherheit brauchen, das ist in heutigen Maßstäben auch meistens nicht gegeben. Die meisten Netzbetreiber planen heute noch nicht so weit raus, vor allem auch mit dem ambitionierten Tempo, was jetzt in den nächsten Jahren kommen soll, ist das wirklich herausfordernd, für fünf Jahre die nächsten Planungsschritte anzukündigen. Aber das ist eigentlich das, was wir brauchen. Das heißt, wenn wir morgen im zweiten Teil über Akteure reden, ist das eine ganz spannende Frage, welche Akteure können denn meinen zukünftigen Netzkunden auch wirklich fünf Jahre Planungssicherheit anbieten? Was passiert, wenn der Netzbetreiber nicht kann? Wenn er zum Beispiel sagt, ich weiß immer nur, wo ich im nächsten Jahr baue, dann sind alle Kunden, wo jetzt die Heizung kaputt geht und ich komme aber bis zu in fünf Jahren im Wärmenetz vorbei, werden sich wahrscheinlich direkt eine erneuerbare Heizung einbauen. Das heißt, ich verliere ganz viele Kunden und umso mehr Kunden schon eine Wärmepumpe eingebaut haben, umso weniger werden sich ans Wärmenetz anschließen, dann lohnt es sich wirtschaftlich nicht wieder. Das heißt, fünf Jahre Planungssicherheit für Wärmenetze, das ist aus meiner Sicht eine notwendige Anforderung an Netzbetreiber. Jetzt wollte ich noch mal kurz auf Wasserstoffgebiete eingehen. Ich hatte die vorher so ein bisschen ausgeschlossen und schon gesagt, ja, wirtschaftlich wahrscheinlich aus Effizienz nicht sinnvoll und notwendig. Im GEG ist es natürlich trotzdem eine Option, eine Erfüllungsoption. Und das GEG selbst ist ja technologieneutral. Im GEG sagt es eben genauso wie bei Wärmenetzen auch, ja, ich darf mich noch mal an Erdgasnetz anschließen, wenn klar ist, dass dieses Netz auf Wasserstoff umgestellt wird. Dafür braucht es einen verbindlichen Fahrplan zur Umstellung des Netzes auf 100 Prozent Wasserstoff bis 2045. Da steht im Gesetz unter Einhaltung der Klimaschutzziele 2035 und 2040. Da waren in früheren Versionen verbindlichere Punkte drin, wo es hieß, okay, wir brauchen mindestens 50 Prozent Wasserstoff im Jahr 2030. Das wurde leider rausgestrichen. Das heißt, was Einhaltung der Klimaschutzziele ist, ob das jeder selbst definieren kann oder ob da in Zukunft irgendwann der Gesetzgeber das nochmal nachschärft, das bleibt an der Stelle leider total schwammig und total große Unsicherheit. Und Sie können sich vorstellen, wenn Sie zum Beispiel an einem Netz sind, was in 2035 schon einen hohen Wasserstoffanteil haben sollte, 2035, da reden wir gerade erst so vom Anfang vom Wasserstoffhochlauf, da wären die Kosten noch sehr, sehr hoch. Also wahrscheinlich würden Sie keine Heizung betreiben wollen im Jahr 2035 mit Wasserstoff, weil er einfach viel zu teuer ist. Und das ist sozusagen allgemein das ganze Problem an dieser Thematik mit Wasserstoff. Für den Netzbetreiber reden wir von relativ geringen Investitionen. Zum Großteil kann er seine Netze einfach weiter nutzen, zumindest auf Verteilnetzebene. Für den Kunden bedeutet es erstmal ein neues Gerät. Also wenn wir einen hohen Anteil Wasserstoff haben wollen, müssen alle Gasheizungen ersetzt werden. Und danach liegt aber auch das gesamte Preisrisiko beim Kunden. Das heißt, wie teuer der Wasserstoff liegt beim Kunden. Und auch bis der Wasserstoff kommt, bezieht der Kunde ja auch Erdgas. Und auch da haben wir natürlich ein erhebliches Preisrisiko, sei es über den Erdgaspreis selbst oder aber auch über den CO2-Preis. Das heißt, die Option Wasserstoff ist beim GEG drin vorgesehen, ich würde sie aber niemandem empfehlen. Genau, hier nochmal kurz schriftlich zusammengefasst. Genau, beim Wasserstoff muss ich eben auch immer ganz stark im Fokus haben, dass Wasserstoff eine weltweite Nachfrage hat. Und wir hatten es letztes Jahr sehr schön gesehen, was beim Erdgas passiert. Das Erdgas war knapp. Wir hatten die ganze Zeit noch genügend Erdgas, aber es war ein knappes Gut. Und dadurch sind die Preise nach oben geschossen. Dasselbe erwarten wir beim Wasserstoff. Und der Wasserstoff wird halt insbesondere in der Industrie benötigt werden. Jetzt gerade im Moment ist auch ein sehr, sehr großer Diskurs über blauen Wasserstoff. Aus der Argumentation heraus, wir können nicht den grünen Wasserstoff kurzfristig zur Verfügung stellen. Wir sollen doch mal bitte blauen Wasserstoff nutzen, um einen kurzfristigen Markthochlauf der Wasserstoffindustrie zu ermöglichen. Das kann man machen, man sollte sich aber dessen sehr bewusst sein, was das bedeutet. Hier links einmal in Fabik ist eine Studie vom Umweltbundesamt von Ende 2022, also knapp zwölf Monate alt, die verschiedene Emissionen der Wasserstofferzeugung vergleicht. Und zwar immer Produktion in Deutschland und Produktion in einem anderen Ursprungsland, wo es zum Beispiel viel Erneuerbare gibt oder Erdgas gibt oder wie auch immer. Und wir sehen hier, dass der blaue Wasserstoff fast so hohe Emissionen hat wie grauer Wasserstoff. Einfach weil die Prozessenergie sehr, sehr hoch ist. Und wir Methanleckagen haben beim Erdgastransport und auch bei der CO2-Einlagerung haben wir gegebenenfalls Leckagen. Und damit haben wir hier sehr, sehr hohe Emissionen. Grüner Wasserstoff, der in Deutschland produziert wird, sehr geringe Emissionen, ja, bei Wasserstoff, der in anderen Ländern produziert wird, wird auch momentan von einem recht hohen Wasserstoffverlust ausgegangen. Und der ist natürlich auch treibhausgasrelevant. Und wenn wir das jetzt vergleichen, dieses Niveau von blauem Wasserstoff mit anderen Energieträgern hier drüben, sehen wir, dass die Treibhausgasemissionen von blauem Wasserstoff ungefähr auf dem Niveau von Steinkohle liegt. Das ist wirklich sehr, sehr viel. Und das Ganze sogar ohne Berücksichtigung, dass vielleicht das CO2, die CO2-Entlagerung nicht funktioniert. Also das ist das Hauptargument, was ich häufig höre. Ja, man weiß nicht, ob die CO2-Entlager dicht sind oder nicht. Diese Berechnung ist ohne diesen Effekt berücksichtigt. Die sagen, ja, wir kriegen das CO2 100 Prozent sauber eingelagert, funktioniert alles ganz problemlos. Und selbst da haben wir hier wirklich sehr hohe Emissionen. Das heißt, wir können das nutzen, um für einen Markthochlauf, aber es ist kein Klimaschutz, blauen Wasserstoff zu nutzen. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass uns das bewusst ist in der Debatte, dass das eben nicht funktioniert über diesen Weg. Genau, und dann, was gibt es sonst noch im EEG? Ja, der größte, Großteil der Diskussion hat sich um die, ich nenne sie mal Notlösung gedreht. Das ist das hier unten. Das steht, ja, für Großstädte mit über 100.000 Einwohner darf bis Juni 2026 und für Städte kleiner 100.000 Einwohner darf bis Juni 2028 noch mal eine fossile Heizung nutzen. Das ist der Punkt, wo dann meistens in dem Medien Ende der Berichterstattung ist. Das geht aber mit zwei Verpflichtungen einher. Die erste Verpflichtung ist, ich muss mich beraten lassen, ich muss mich beraten lassen über die drohende Unwirtschaftlichkeit und den steigenden CO2-Preis. Das steht so im Gesetzestext drin, dass das wirklich eigentlich keine sinnvolle Lösung ist. Und zum Zweiten gibt es auch noch die Pflicht, immer mehr erneuerbare Energien zu nutzen. Das heißt, wenn ich ab nächstem Jahr eine neue Heizung einbaue, zum Teil betrifft es auch Heizungen, die schon letztes Jahr beauftragt wurden, aber eben erst nächstes Jahr eingebaut werden, dann muss ich einen steigenden Anteil erneuerbarer Energie nutzen. Ab 2029 15 Prozent erneuerbarer, ab 2035 30 Prozent, ab 2040 60 Prozent und wie alle Heizungen muss ich dann 2045 100 Prozent erneuerbarer nutzen. Wenn wir jetzt aber davon ausgehen, dass Wasserstoff ein knappes Gut ist und insbesondere 2029 noch nicht in nennenswerten Mengen zur Verfügung stehen wird, dann ist klar, dass das bei Gasheizung Biomethan sein muss oder bei Ölheizung Bioöl. Und dieser Bereich, das ist sehr riskant, wenn ich auf sowas setze. Wir hatten jetzt gerade in der ersten Jahreshälfte BMP Queen Gas ist pleite gegangen. Das ist der größte Biomethan-Lieferant Deutschlands. Warum ist der pleite gegangen? Die Biomethan-Preise sind immer weiter durch die Decke gegangen. Sie hatten langfristig verkauft, aber keine langfristige Einkaufsstrategie, konnten das nicht mehr decken. Und wir sehen es eben, die Produktion stagniert fast schon. Sie steigt nicht. Denn die Nachfrage steigt immer weiter. Das heißt, das ist wirklich ein großes Preisrisiko. Außerdem, ja, ich habe jetzt hier ab 2029 15 Prozent Biomethan, aber der Rest ist ja weiter ein Erdgas mit CO2-Emissionen. Und auch da steckt ein sehr, sehr großes Risiko drin. Es wurde im ersten Halbjahr der europäische CO2-Preis beschlossen. Der ist zwar erst mal gedeckelt, aber Experten sagen, ja, dieser Deckel von 45 Euro pro Tonne, der wird vielleicht bis 2030 halten. Und danach, sobald keine CO2-Zertifikate mehr in der Reserve sind, bildet sich der Preis am Markt. Und dann geben Experten unterschiedliche Preise an. Manche sagen 100 bis 300 Euro, andere sagen 175 bis 350 Euro pro Tonne. Ja, das sind so 4 bis 6 Cent pro Kilowattstunde Erdgas zusätzlich, allein für den CO2-Preis. Das ist, ja, wir hatten jetzt gerade schon einen Anstieg von 6 auf 12 Cent und dann sind wir bei 18 Cent für Erdgas. Und das ist das Risiko, wenn ich so eine Notlösung nehme und da nochmal eine fossile neue Heizung einbaue. Genau. Das heißt, da muss ich mir einfach sehr, sehr bewusst sein, in welchen Fällen mache ich das. Das hatte ich ja gerade vorher schon. Wenn ich weiß, dass ein Wärmenetz kommt, ja wunderbar, dann bin ich da auch in 5 Jahren oder spätestens 10 Jahren wieder draußen. Alles gut. Wenn ich aber gar nicht weiß, welche erneuerbare Heizung ich langfristig einbauen will und einfach nur sage, ja, meine Gasheizung ist kaputt. Das Einfachste ist, ich baue wieder eine neue Gasheizung ein. Dann ist es wirklich keine sinnvolle Option, sondern dann ist in dieser Notlösung mehr Risiko wie Chance drin. So, jetzt hatten wir sozusagen die ganze Zeit im GEG die Peitsche, Ordnungsrecht. Aber ja, wenn man gut und schnell vorankommen will, hat man nicht nur die Peitsche, sondern auch Zuckerbrot. Zuckerbrot und Peitsche, nämlich es gibt auch eine sehr gute neue Förderlandschaft. Und da würden wir jetzt auch einfach noch einmal kurz einen Blick drauf werfen. Diese neue Förderung, die ist auch noch nicht veröffentlicht, die wird momentan noch im Haushaltsausschuss diskutiert. Die soll aber im Laufe dieses Jahres auf jeden Fall noch veröffentlicht werden und zum 1. Januar in Kraft treten. Und ja, inzwischen wurde an verschiedenen Stellen schon kommuniziert, wie sie sich ändern soll. Das heißt, die Zahlen sind inzwischen einigermaßen belastbar. Für alle Heizungen soll es eine grundsätzliche Förderung in der Höhe von 30 Prozent geben. Bei Wärmepumpen gibt es auch die Option, dass nochmal 5 Prozent Bonus kommt, wenn man natürliche Kältemittel nutzt oder wenn man Erdwärmesonden nutzt. Einfach darum, da gute Technologien anzureizen. Das ist das, was allen zur Verfügung steht. Auch wenn Sie eine Gasheizung haben, die gerade mal ein Jahr ist, bekommen Sie 30 Prozent Förderung. Zusätzlich gibt es einen Einkommensbonus für Personen, die maximal 40.000 Euro Haushaltseinkommen haben, für selbstgenutztes Wohneigentum. Also wenn die Leute selbst in ihrer eigenen Wohnung drin leben. Nochmal 30 Prozent Förderung obendrauf. Das ist schon sehr, sehr viel. Und dann gibt es noch einen Beschleunigungsbonus. Dieser Beschleunigungsbonus, der steht nicht allen Technologien zur Verfügung, aber fast allen. Nämlich Gasheizungen, die älter als 20 Jahre sind. Öl, Kohle, Gasetage und Nachtspeicherheizung. Das heißt, abgesehen von der klassischen Gasheizung, die nur, wenn es älter ist als 20 Jahre, alle anderen Technologien, wenn ich eine neue Heizung einbauen will. Und das sind auch 25 Prozent. Wenn man das jetzt alles auferdiert, kommt man auf bis zu 90 Prozent. Deshalb gibt es eine Deckelung. 75 Prozent ist die maximale Zuschuss. Was eine Kombination ist, die man sehr häufig draußen sieht, sind die 30 Prozent Förderung plus 25 Prozent. Wenn zum Beispiel eine Ölheizung verbaut ist oder eine alte Gasheizung. Das heißt wirklich so, die Heizung, die man jetzt auch wirklich dringend aussauschen will, da reden wir von mindestens 55 Prozent Förderung. Häufig dann aber eben auch 75 Prozent Förderung, wenn es noch den Einkommensbonus dazu gibt. Diese Förderung ist gedeckelt auf maximal förderfähige Kosten. Und die liegen bei einer Wohnheit bei 30.000 Euro. Wer das so im letzten Jahr so mitbekommen hat, ja, Wärmepumpen liegen häufig drüber in letzter Zeit. Die lagen häufig, zumindest hier bei uns in der Region Stuttgart, bei eher so Richtung 40.000 Euro, wenn ich noch alles Umfeldmaßnahmen dazu nehme. Und das ist ganz absichtlich, dass diese maximal förderfähigen Kosten ein bisschen darunter liegen, um wieder einen Anreiz zu schaffen, dass die Kosten vom Handwerk runtergehen. Ob das tatsächlich funktioniert, das werden wir sehen im Laufe des nächsten Jahres. Zu wünschen wäre es, weil die Kosten momentan einfach wirklich sehr, sehr hoch sind. Im Vergleich zu vor drei Jahren haben wir Preise, die sich fast verdoppelt haben. Aber das heißt, auch da gibt es jetzt einen Anreiz, dass man nicht mehr überfördert, sondern dass sich da wieder ein Wettbewerb herausstellt, wer baut sowas wirklich günstig ein. Genau, das habe ich noch vergessen. Dieser Beschleunigungsbonus, der jetzt mit 25 Prozent startet, der wird 2024 und 2025 auf dem Niveau sein. 2026 sinkt er um 5 Prozent auf 20 Prozentpunkte, 2027 sinkt er dann auf 15 Prozentpunkte. Und danach, das ist etwas, was für mich noch nicht ganz klar ist, alle zwei Jahre oder jedes Jahr um 3 Prozent weiter runter. Das Detail, ob es jedes Jahr ist oder alle zwei Jahre, das muss man mal ganz genau schauen, wenn das Förderprogramm veröffentlicht wurde, da gab es ein bisschen widersprüchliche Aussagen. Genau, das ist die Förderung. So, dann schauen wir uns doch mal das Fazit an aus GEG und BEG. Wo stehen wir jetzt? Wir haben gesehen, Gebäudeeigentümer brauchen Planungssicherheit, ob bei ihnen ein Wärmenetz errichtet wird oder nicht. Falls ein Wärmenetz errichtet wird, lohnt sich gegebenenfalls noch mal eine Übergangsheizung. Wenn ich dezentrale Gebiete habe, dann werden in dezentralen Gebieten meistens Wärmepumpen eingebaut werden und dann sollte ich auch keine Übergangsheizung mehr einbauen. Sobald ich weiß, hier ist ein dezentrales Gebiet, hier wird nie ein Wärmenetz hinkommen, weiß ich auch, ich brauche keine fossile Heizung mehr einbauen. Ich kann direkt loslegen mit Klimaneutralität. Genau, das ist auch mein dritter Punkt hier. Neue fossile Heizungen ohne perspektivischen Wärmenetzanschluss binden Handwerkskapazitäten, die sind ganz sicher knapp, und eigentlich sind sie stranded assets. Zusätzlich haben sie auch noch hohe Betriebskostenrisiken. Das heißt, das müssen wir vermeiden. Das ist mit einer der wichtigsten Aufgaben der Wärmeplanung, mit der wir uns dann gleich beschäftigen, das hinzubekommen, dass wir keine fossilen Heizungen dahin bauen, wo auch kein Wärmenetz hinkommt. Und zum Abschluss die ganz klare Aussage ist, es bestehen ausgezeichnete Fördermöglichkeiten für den Heizungstausch, sodass sich das momentan eigentlich wirklich jeder leisten kann, weil der Restbetrag, der nicht gefördert wird, für den gibt es sogar auch noch langfristige Darlehens. Soweit mal zum ersten Teil. Ich nehme mal an, dass es ein paar Fragen gibt. Ja, es gibt eine ganze Menge Fragen. Ich hoffe, ich bin zu hören. Gut, alles klar. Ja, genau. Es haben sich gleich zu Beginn zwei Leute gemeldet, und ich würde gleich zu Beginn auch gerne die Möglichkeit einräumen, dass Sie Ihre Fragen hier persönlich stellen können. Und der erste war Helmut Buerdorf aus Bad Pyrmont. Eine Frage ist, ist es egal, welche Art von Wärmepumpe da gefördert werden muss? Also kann man nicht auch in, sagen wir mal, kleinen Quartieren oder Großwohneinheiten Oberflächen einer Geothermie bauen und dann mit einer Wasserwärmepumpe bearbeiten? Und daran angeschlossen, muss man nicht zukünftig auch die Kälteversorgung im Sommer berücksichtigen, bei diesen Wärmepumpen sowohl als auch bei den Wärmenetzen. Ich habe immer das Beispiel Neustadt am Rübenberge vor Augen, die in der Lage sind, im Sommer auch Räume runterzukühlen über dieses kalte Nahwärmenetz. Genau, also im Prinzip Erdwärmesonden werden auf jeden Fall auch gefördert, gar kein Problem. Dafür gibt es eben sogar 5% Bonus. In der Realität sehen wir einfach nur, dass da die Einbauzahlen kaum gestiegen sind. Also bei den Luftwärmepumpen haben wir fast schon ein exponentielles Wachstum, während die Erdwärmesonden ein Wachstum auf ganz fachem Niveau haben. Technisch also auf jeden Fall sinnvoller und besser, aber durch die hohen Investionskosten schreckt das einfach die Leute zurück. Das heißt, realistisch gesehen wird es nicht so viel kommen. Oder es gibt einfach auch sonst viele verschiedene Hindernisse. Wenn ich zehn Reihenhäuschen habe, ich komme gar nicht in den Garten, bei den Reihenmittelhäusern ganz häufig. Also ja, da gibt es leider Umsetzungsschwierigkeiten. Das zentral zu machen mit Wärmenetzen, ja auf jeden Fall. Sobald Sie mehr wie 17 Häuser haben oder mehr als 101 Wohneinheiten reden, sogar von dem Wärmenetz wird dann ausgezeichnet, die BEW gefördert. Das heißt, auch da, genau das können Sie in der Wärmeplanung untersuchen, wo lohnen sich solche Wärmenetze. Oder Sie machen es, wenn Sie weniger als 17 Gebäude haben als Gebäudenetz. Gar kein Problem. Das Thema Kühlung muss ich ehrlich sagen, ich weiß gar nicht, ob das jetzt im Wärmeplanungsgesetz drin ist. Ich glaube, in Baden-Württemberg ist es drin, dass auch Kühlung eigentlich berücksichtigt werden muss. In Realität erstmal fehlt es meistens überhaupt an der Datengrundlage, um überhaupt den Kühlbedarf zu erfassen. Da gibt es momentan sehr, sehr wenig Erfahrungswerte. Und danach sagen eigentlich fast alle Planenden, ja, ich habe beim Kühlen eine wahnsinnige Gleichzeitigkeit mit der Sonne. Das heißt, wenn ich da dezentrale Kühlung habe und die Häuser haben Fotoportal, dann deckt sich das wunderbar selbst. Dann habe ich da gar kein Problem mit, weil einfach die Gleichzeitigkeit so groß ist. Immer dann, wenn ich kühlen muss, scheint auch die Sonne. Problem gelöst. Wohingegen das beim Heizen ja einfach nicht so der Fall ist. 80 Prozent der Wärme brauchen ja im Winterhalbjahr. Und da scheint eben die Sonne wesentlich weniger. Und genau deshalb ist das so viel herausfordernder. Und daher ist die Kühlung in den meisten Fällen eher untergeordnet. Ich sehe es in einigen wenigen wirklich sehr großen Städten, wo über Kältennetze gesprochen wird. Aber in der Breite nehme ich es nicht wahr, dass es wirklich wirtschaftlich wäre. Ja, vielen herzlichen Dank, Herr Burdorf. Ich würde dann gerne übergehen zu den eher grundsätzlichen Fragen. Also es gibt so verschiedene Frage-Cluster. Und die erste Frage, die da aufgekommen ist, war, dass das BEG ja auch Härtefälle kennt. Und die Frage ist, gilt da eigentlich auch, dass ab 2045 keine fossilen Heizungen mehr betrieben werden dürfen? Das GEG dann wahrscheinlich nicht. Die Förderungs- und Gesetz-Härtefälle, ja, das ist eine gute Frage. Die Frage ist, dieser Härtefall-Klausel gilt eigentlich auf alles. Das heißt wahrscheinlich auch da drauf. Für mich stellt sich aber eher die Frage, will dann überhaupt noch jemand seine fossile Heizung betreiben? Wenn Sie sich zum Beispiel vorstellen, dass immer weniger Ölheizungen laufen, dann sehen Sie schon, da bricht plötzlich ein ganzer Markt zusammen, da bricht eine ganze Versorgungsinfrastruktur zusammen. Wenn Sie dann die letzte Ölheizung haben, weit und breit, dann wird das sehr, sehr teuer, die zu betreiben. Genauso auch mit CO2-Preis und so weiter. Das heißt, diese Härtefall, nach meinem Wissen geht die. Das ist eine pauschale Härtefall-Regelung. Aber mein Tipp wäre eher schon, dass Sie Mitte der 30er Jahre sagen, boah, langsam macht es keinen Spaß mehr, die fossile Heizung zu betreiben. Genauso auch im Erdgasnetz. Wenn Sie die letzten im Erdgasnetz sind, dann zahlen Sie plötzlich die gesamte Netzgebühr, die gesamten Kosten. Die Kosten legen sich dann auf immer weniger Leute um. Die Kosten bleiben aber vielleicht sogar auf einem ähnlich hohen Niveau nicht so richtig attraktiv. Ja, noch eine Frage, die auch zu diesem Komplex passt, ist die Frage, wer kontrolliert das denn eigentlich, ob tatsächlich eine Heizung dann, wenn das erforderlich ist, eine Heizung eingebaut wird, die mit 65 Prozent Erneuerbaren funktioniert? Mit Time wird sich das sicher noch einpendeln müssen. Also die Länder sind dafür verantwortlich, dass das richtig umgesetzt wird. Und die Schornsteinfeger sind wohl für das Kontrollieren zuständig. Wie da die genauen Abläufe sind, kann ich nicht sagen. Also vor allem, es gibt Ordnungswidrigkeiten, die im GEG ganz klar benannt sind. Nur, ob die auch wirklich danach eingefordert werden und umgesetzt werden, das ist, glaube ich, so die Frage, die sich zeigen muss. Und das kann je nachdem vielleicht auch von Land zu Land abhängen. Wie sehr klemmt sich das Land wirklich hinten dran, dass das sauber umgesetzt wird. Aber erst mal die Grundlage haben wir. Und eigentlich kann ich als Energieberater schon so etwas gar nicht empfehlen. Und ein Heizungsbauer sollte auch nichts einbauen, was gesetzeswidrig ist. Also das sollten wir doch schon an mehreren Stellen eigentlich mehrere Leute da die Alarmglocken schrillen und sich ans Gesetz halten. Und gelten beim Wechsel des Eigentümers noch mal andere Fristen? An der Stelle jetzt nicht. Also es gab immer bei den, also es gab bisher schon eine Regelung, dass Konstant-Temperaturheizungen über 30 Jahre nicht mehr weiter betrieben werden durften. Da gab es immer Ausnahme für den Eigentum. Und wenn es ein Bestandseigentümer ist und beim Eigentumswechsel hat es sich verkürzt. Aber diese 5 Jahre Übergangsheizung, die gilt in jedem Fall, ganz unabhängig von Eigentumswechsel oder sonst wie. Und auch die 10 Jahre, das ist dann sehr fix eigentlich. Dann war hier die Frage, wie verbindlich ist denn eigentlich die Ausweisung von Fernwärmegebieten? Also wenn die existieren, kann man sich dann darauf verlassen, dass die dann auch wirklich kommen? Genauso mit der Umrüstung der Erdgasnetze? Genau, das ist eben so ein ganz, ganz spannender Punkt. Das schauen wir uns zum einen gleich an, im zweiten Teil jetzt dann. Was steht eigentlich in der Wärmeplanung drin? Ich nehme mal vorweg, die Wärmeplanung ist eigentlich eine unverbindliche Planung. Aber diese Paragraphen, die 2, die ich vorgestellt habe, die 10 Jahre Übergangszeit für das Wärmenetz und den Übergang für das Wasserstoffnetz, das ist wirklich der verbindliche Fall, der da gemeint ist im GEG. Und da muss dann auch ein Betreiber, sei es vom Wärmenetz oder auch vom Gasnetz, tatsächlich Schadensersatz zahlen, wenn das Netz nicht kommt. Das heißt, der Kunde schließt frühzeitig einen Vertrag ab, baut auf Grundlage von diesem Vertrag nochmal seine fossile Übergangsheizung ein und wenn dann nicht das Wasserstoffnetz kommt oder das Wärmenetz, dann muss der Betreiber eben Schadensersatz zahlen für diese fossile Übergangsheizung. Aber das ist wahrscheinlich auch genau der Grund, warum es wenige Betreiber diese Option ziehen werden, weil sie sagen, boah, das ist mir viel zu riskant. Da nehme ich lieber die 5 Jahre Übergangsheizung, da habe ich gar kein Haftungsproblem, gar keine Haftungsfrage, und der Gebäudeeigentümer baut auf sein eigenes Risiko für 5 Jahre Übergangsheizung ein. Oder eben diese Juni-2028-Sache mit, ich darf nochmal eine beklebige Heizung einbauen, wo ich sukzessiv immer mehr Erneuerbare nutzen muss. Das werden ganz viele Gebäudeeigentümer machen, wenn Ihnen der Netzbetreiber sagt, ja, in 10 Jahren kommt das Wärmenetz und dann ist da kein Haftungsproblem für ihn. Aber natürlich sollte ich das möglichst versuchen einzuhalten. Das sehen wir nachher in der Wärmeplan. Ja, genau. Da wäre dann auch noch mal interessant, ob überhaupt damit zu rechnen ist, dass es so viele Fernwärmegebiete überhaupt geben wird. Aber wenn wir schon mal bei dem Thema sind, waren hier auch so verschiedene Fragen über die Preiskontrolle. Also es ist ja auch bei der Fernwärme nicht gesagt, dass das jetzt eine günstige Lösung ist. Und da ist eben halt auch die Frage, ja, also wie hat man denn da eigentlich eine Kontrolle darüber, wie die Preise sich da entwickeln werden, weil die Betreiber ja auch manchmal die Preise auch relativ plötzlich und willkürlich teilweise auch mal erhöhen. Ja, eine willkürliche Preisverhöhung sollte es eigentlich nicht geben. Also alle Fernwärmelieferverträge müssen sich an die AVB Fernwärme-V halten. Und in der steht eben auch ganz klar drin, dass eine Preisklausel braucht. Und diese Preisklausel besteht aus zwei Bestandteilen, nämlich zum einen den realen Erzeugungskosten und zum anderen eine Wärmepreiskomponente, die den Wärmemarkt in Deutschland abbildet. Das heißt, formal sollte das immer schon vorher festgelegt sein, dass ich im Vertrag eindeutig habe, wie entwickelt sich dieser Preis. Jetzt habe ich natürlich verschiedene Probleme. Wenn ich zum Beispiel mich an ein Wärmenetz anschließe, was nur Erdgas-KWK drin hat und die Erdgaspreise schießen durch die Decke, ja, dann sehe ich das natürlich auch komplett in meiner Wärmepreis. Und da sehen wir, es ist nicht nur wichtig, dass die Gesetze sauber umgesetzt werden, sondern dass wirklich auch ein zukunftsfähiger Energiemix drin ist. Weil wenn nicht, bekomme ich natürlich auch komplett die CO2-Preise, Erdgaspreisanstieg, Biomassepreisanstieg und so weiter mit. Und das heißt, an der Stelle sind die Netzbetreiber aufgerufen, ihr Netz so zu transformieren, dass sie wirklich auch langfristig preisgünstig ist. Im Einzelfall muss man natürlich dann auch nochmal schauen, dass wir Betreiber haben, die gemeinwohlorientiert sind, die keine Gewinnerzielungsabsicht haben. Eigenbetriebe prinzipiell, also kommunale Eigenbetriebe. Aber wir haben natürlich auch viele privatwirtschaftliche Akteure, die eher einen Renditeanspruch haben. Aber die Netze sind auch sehr, sehr unterschiedlich. Wenn ich in einer Großstadt bin mit einem abgeschriebenen Wärmenetz, da kann ein Betreiber viel einfacher Gewinn rausziehen und trotzdem sehr, sehr günstige Wärmenetzpreise anbieten, wie wenn ich in einer Kleinstadt bin, wo ein komplett neues Netz ist. Ist denn damit zu rechnen, dass es einen Anschluss- und Benutzungszwang dann geben wird in diesen Fernwärmegebieten? Und kann man, wenn das dann der Fall ist oder auch nicht, sich immer noch frei entscheiden, dafür, dass man doch eine Wärmepumpe einbaut? Ja, tatsächlich sehen wir jetzt durch die Wärmeplanung oder durch das GEG einen spannenden Zwischenschritt. Also ich weiß nicht, wie es bundesweit ist. In Baden-Württemberg gibt es schon seit Jahrzehnten Anschluss- und Benutzungszwang rechtlich. Das ist im selben Paragraf geregelt, in dem auch der Anschluss- und Benutzungszwang für Wasserversorgung oder Abwasser drin geregelt ist. Und es gibt ein paar wenige Kommunen, die das auch regelmäßig nutzen und dort ohne Probleme läuft, zum Beispiel in Schwäbisch Hall. Die machen das seit Jahren und alle sind total happy damit. Aber meistens, wenn es irgendjemand neu einführen will, wird das eine sehr große politische Debatte, sodass die meisten davor zurückschrecken, sodass es wenige Befürworter gibt, also von Betrieben, also von Fernwärmebetreibern, die wirklich sagen, okay, wir wollen das ausweisen. Und jetzt haben wir aber so eine Zwischenstufe, nämlich in Gebieten, wo ein Wärmenetz kommt, mit diesen zehn Jahren Übergangsfrist, wenn das sauber ausgewiesen ist, dann darf ich schon heute oder ab 01.01.2024 keine fossile Heizung mehr einbauen. Das heißt, mein Möglichkeitsraum sinkt. Ich darf keine Gasheizung einbauen, ich darf keine Ölheizung einbauen. Ja, eine Wärmepumpe dürfte ich einbauen, aber ganz viele werden dann vielleicht eher zum Wärmenetz neigen. Das heißt, da kommt so ein Zwischenschritt zwischen Anschluss- und Benutzungszwang, nämlich das Verbot der fossilen Heizung nach vorne gezogen. Und ja, vielleicht ist das ein Grund, warum doch einige Betreiber dann doch diese Planungssicherheit geben, auch wenn sie da haften, weil sie eben sagen, sie verhindern damit fossile Heizung und haben eine höhere Chance, dass die Leute sich bei ihnen anschließen. Es wurde bemängelt, ich nehme mal an, wir kommen auch später möglicherweise noch mal dazu, dass bei der Wärmeplanung oder bei der Einrichtung der Fernwärmegebiete die Bürgerbeteiligung fehlen würde. Ist das... Genau, also Wärmeplanung kommen wir noch dazu, genau. Prinzipiell ist eine Bürgerbeteiligung verpflichtend. Also in Baden-Württemberg war das anfangs eine starke Empfehlung der Landesenergieagentur. Inzwischen seit Anfang Januar ist das auch Gesetz. Und ich müsste... Also es würde mich wundern, wenn auf Bundesebene keine ist. Also es gibt auf jeden Fall eine sehr ausgeprägte Akteursbeteiligung. Ich glaube auch, die soweit verstanden wird, dass Bürgerbeteiligung damit eingeschlossen ist. Was wir nur eben aus der Praxis erleben, aus der Realität draußen. Die meisten BürgerInnen interessieren sich sehr wenig für die Wärmeplanung, für die strategische Flughöhe der Wärmeplanung, sondern sie wollen ganz konkret wissen, kommt bei ihnen ein Wärmenetz? Wann kommt das Wärmenetz? Zu welchem Preis kommt das Wärmenetz? Das ist aber eine Ebene, die die Wärmeplanung in keinster Weise abdeckt. Und das heißt, wenn wir Bürgerbeteiligung zur Wärmeplanung als sehen, dann sehen wir da eher, dass das ein kommunikativer Balanceakt ist, zwischen dem gesetzlichen Pflicht hier in Baden-Württemberg nachzukommen und auf der anderen Seite der Erwartungshaltung der Bürger nachzukommen. Und die Beteiligung erstreckt sich daher in weiten Teilen vor allem auf die Expertenbeteiligung, wie Wärmenetzbetreiber, Gasnetzbetreiber und so weiter. Ja, melden Sie sich ruhig noch, wenn Sie Fragen haben, die Sie vielleicht direkt selber stellen wollen, hier im Plenum sozusagen. Ich habe hier noch so ein paar Fragen zum Thema Wasserstoff, die wir vielleicht mal so ein bisschen gebündelt hier reinziehen können. Also einmal gab es die Frage, grüner Wasserstoff ist auch eine Erfüllungsoption. Also wenn es in Wasserstoffvorranggebieten geschieht, dann ist das sicherlich so. Da war dann nochmal die Frage, also Umrüstung auf 100 Prozent Wasserstoff ist ja sozusagen dann die Perspektive, geht das eigentlich? Also geht das mit den vorhandenen Netzen, mit den Rohren, mit den Geräten, die am Ende da dranhängen? Also das ist so, das ist eine Frage. Und die andere ist, also was ist denn eigentlich der Fahrplan für den grünen Wasserstoff? Wann ist denn damit zu rechnen, dass man genügend grünen Wasserstoff hat, den man dann so in einem Wärmenetzgebiet verbrauchen kann sozusagen? Wärmenetzgebiet oder Wasserstoffgebiet? Ja, Wasserstoffgebiet. Genau, also technisch behaupten die Verteilungsbetreiber, dass das ohne Probleme geht, Wasserstoff wirklich bis zum Endkunden zu verwenden. Ich sage mal, man hört immer wieder von Kleinigkeiten, Kleinigkeiten, wo es wohl noch Probleme gibt, wie zum Beispiel Geruchstoffe zuzusetzen, dass man den Wasserstoff, wenn er irgendwo austreten würde, riechen würde. Kann ich nicht einschätzen, wie weit diese Dinge lösbar sind oder nicht lösbar. Für mich ist da viel entscheidender, ist es wirtschaftlich, ist es sinnvoll, dass wir das machen. Also auf Niederdruckebene funktioniert es wahrscheinlich, auf Mitteldruck-, Hochdruckebene hat man schon mehr Herausforderungen im Wasserstoffnetz, ob das wirklich funktioniert. Aber das wirtschaftliche Argument ist viel entscheidender und genauso auch bei der Verfügbarkeit. Weil zuerst werden wir Sektoren sehen, wo wir ganz zwingend Wasserstoff brauchen und das ist eben nicht der Gebäudesektor. Eine Stahlherstellung, eine klimaneutrale Stahlherstellung braucht zwingend Wasserstoff. Ammoniak-Düngemittel besteht quasi nur aus Wasserstoff. Also wir haben ganz viele Dinge, die sehr, sehr viel Wasserstoff brauchen und die werden zuerst den Makler kaufen. Und das sind keine Letztverbraucher, die können die Preise einfach weiterreichen, dann werden die Produkte etwas teurer. Da ist ja auch die EU schon dran, Schutzzölle zu heben, dass eben auch fossile Produkte, die in die EU importiert werden, dann auf demselben Niveau sind, wie wenn sie klimaneutral erstellt werden würden. Aber als Endverbraucher trage ich dann halt die Kosten für den Wasserstoff. Und alternativ hätte ich die Wärmepumpe, die wesentlich günstiger ist. Und in dieser Abwägung sehen wir eher, dass es wahrscheinlich bei der Wärmepumpe ist. Auch bei der Bottom-up Wasserstoffstudie, Wärmeplanungsstudie vom Fraunhofer-Institut, die da sehr bekannt ist, da lohnt es sich wirklich mal reinzuschauen, wie viel Wasserstoff die angenommen haben. Da gibt es relativ weit hinten eine Grafik und das sind dann in drei von fünf Szenarien haben sie mehr Wasserstoff angenommen, wie für ganz Deutschland, für alle Sektoren zur Verfügung stehen. Und das heißt, die Planungsgrundlagen sind da wirklich ja nicht gegeben, also so viel Wasserstoff haben wir für ganz Deutschland nicht und das verwenden die allein für den Wärmesektor, wo alle anderen sagen, ja gut, der Wärmesektor kriegt eigentlich fast nichts, wenn dann nur in Wärmenetzen minimal warst. Und daher da wirklich sehr genau schauen, wo sind welche Interessen hinten dran. Ja, tun sich denn die Erdgas-Verteilnisbetreiber mit sowas einen Gefallen? Also ich meine, das ist ja so ein bisschen immer, also wo fängt das eigentlich an, dass man sich realistisch den Gegebenheiten stellt, und zwar auf der gesamten Ebene von Anbietern, von Brennstoffen und Wärme. Ich glaube, wenn man es isoliert betrachtet und ein bisschen gemein ist, kann man natürlich sagen, die Erdgas-Verteilnisbetreiber machen sich damit einen Gefallen, weil umso länger die Leute glauben, dass das Erdgasnetz klimaneutral wird, umso länger bleiben sie im Erdgas drin. Das heißt, ja, sie erhalten länger ihre Kunden, auch wenn der Wasserstoff nicht kommen wird. Also genau deshalb ist wahrscheinlich die Option rausgestrichen worden, dass eben auch im Erdgasnetz mindestens 50 Prozent Wasserstoff in 2035 sein muss, weil das eben nicht darstellbar gewesen wäre. Das wäre ein K.O.-Kriterium gewesen. Dann hätte zu diesem Zeitpunkt alle alten Heizungen draußen sein müssen. Das heißt, die Umstellung ist vertagt auf 2045, und 45 möglichst weit weg. In dem Augenblick, wo ein Verteilnetzbetreiber, aber auch Wärmenetzbetreiber ist, wo es nicht nur darum geht, er möchte seine Kunden möglichst lange halten in seinem Erdgasnetz, sondern er möchte überhaupt seine Kunden möglichst lange halten, da macht er sich wahrscheinlich keinen Gefallen damit, weil es ist klar, die Leute werden aus dem Erdgasnetz rausgehen und wenn ich ihnen kein Wärmenetz anbiete, dann werden sie zur Wärmepumpe wechseln. Das heißt, wenn wir von Stadtwerken reden, die haben wirklich die Möglichkeit, ihre Kunden zu halten, wenn sie ihnen eine Alternative anbieten. Und diese Alternative muss jetzt frühzeitig aufgebaut werden, und da muss ich mir dessen sehr, sehr bewusst sein, dass ich alle Kunden in meinem Gasnetz verlieren werde, über kurz oder lang, sagen wir mal, bis Mitte der 30er Jahre, vielleicht Ende der 30er Jahre, wird es der Großteil gewesen sein, die dann schon gegangen sind. Wenn ich jetzt frühzeitig Wärmenetze anbiete, dann habe ich eine Chance, meine Kunden zu behalten, nur halt in einem anderen Video. Ich habe hier noch so ein paar Fragen zum Thema Wärmeplanung, also wer muss eigentlich die Wärmeplanung machen? Zum einen ist es die Gemeinde oder ist es die Verbandsgemeinde? Das war eine Frage. Dann gab es eine Frage, ob auch kleine Gemeinden verpflichtet werden, Wärmeplanung zu machen. Und eine Frage dazu, ob eigentlich die Wärmeplanung noch förderfähig ist, wenn ein Quartierskonzept möglicherweise schon erstellt wurde oder eben überhaupt. Also im Moment, es wird ja Wärmeplanung gefördert. Genau, also ein Quartierskonzept hat damit gar nichts zu tun, ob förderfähig oder nicht. Tatsächlich ist die spannende Frage, ob jetzt dann nach dem Bundestagsbeschluss die Wärmeplanung förderfähig ist, beziehungsweise ab welchem Zeitpunkt nicht mehr. Wir kommen da auch gleich dazu. Die Wärmeplanung, der Bund kann nicht direkt die Kommunen verpflichten, sondern der Bund kann nur die Länder verpflichten, dass eine Wärmeplanung erstellt wird für alle Kommunen. Und die Länder werden in den meisten Fällen dann die Kommunen verpflichten. Das heißt, so eine Fragestellung wie Verbandsgemeinden, ob die die Wärmeplanung durchführen müssen oder andere, das wird auf Landesebene entschieden werden. Das steht nicht im Wärmeplanungsgesetz des Bundes, sondern da muss man in das entsprechende Landesgesetz schauen. Es gibt auch nicht in allen Bundesländern Verbandsgemeinden und dementsprechend ist es genau richtig, dass die Länder dann das übersetzen, was bedeutet das für ihr Hoheitgebiet. Die Länder könnten aber zum Beispiel auch beschließen, sie machen das einfach zentral für alle. Fertig. Wird wahrscheinlich nirgends passieren. Also ich habe es zumindest noch nirgends vernommen, außer jetzt mal von Stadtstaaten. Genau. Was war sonst noch die Frage? Ob auch kleine Kommunen verpflichtet sind. Genau. Für kleine Kommunen gibt es Ausnahmemöglichkeiten. Die sind zum Teil schon im Bundesgesetz festgelegt, aber auch die werden nochmal im Detail in Landesgesetzen ausformuliert. Da geht es um Kommunen kleiner als 10.000 Einwohner. Ja, ich habe hier noch einen Zuschauer, der eine Frage stellen möchte und zwar Sebastian Jung. Da würde ich mal einmal darum bitten. Ja, da ist er schon. Bitte Ihre Frage. Ja, schönen guten Tag. Ich habe eine Frage. Können Sie mich gut hören? Ja. Sehr schön. Eine Frage mal aus Anwender-Sicht. Ich arbeite für ein großes Wohnungsunternehmen. Wir müssen in irgendeiner Art und Weise eine Planung machen, wie wir bis 2045 CO2-neutral werden. Und dazu brauchen wir die kommunale Wärmepanung. Was ist denn der späteste Zeitpunkt, wann die geliefert werden muss? Weil wir müssen uns ja darüber im Klaren werden, wie weit wir die mit einbeziehen können in unsere Planung. Also so eine Modernisierungsplanung, wann man welches Gebäude modernisiert, ist ja ein aufwendiger Akt. Dankeschön. Danke. Genau, schauen wir uns gleich auch nochmal im Detail an. Tatsächlich, wenn das jetzt ein großer Wohnungskonzern ist, der in einer Kommune recht viele Gebäude besitzt, dann ein bisschen aus meiner Sicht ist dann dieser Konzern auch ein wichtiger Akteur, der in der kommunalen Wärmepanung beteiligt werden muss. Weil er eben so relevant ist, es gibt ja manchmal ganze Quartiere, die dann nur einem Konzern gehören. Ja, dann hat der da ein ganz gehöriges Wort mitzureden. Wenn der sagt, diese Gebäude werden energetisch nicht saniert werden, ja okay, dann brauche ich in der Wärmepanung nicht davon auszugehen, dass die Gebäude 30 Prozent Energie einsparen. Das heißt, da geht es wirklich um frühzeitige Beteiligung und das eher zusammen zu machen. Ob da jetzt ein Wärmenetz kommt, wenn der Akteur sagt, ich kann mir ein Wärmenetz auf gar keinen Fall vorstellen, habe ich gar kein Interesse dran, ich baue über Luftwärmepumpen hin, bitte baut sich Stromnetze aus hier, dann wird das am Ende wahrscheinlich genauso auch in der Wärmeplanung stehen. Umgekehrt kann natürlich die Stadt sagen, hier, ich habe ein großes Wärmenetz, hast du da dran Interesse? Und dann gibt sich da auch was draus. Kann ja auch der Ankerkunde, kann auch der Startpunkt sein für ein Wärmenetz. Das heißt, das sind ganz viele Optionen in die Richtung. Vom reinen Zeitpunkt her reden wir eigentlich bei Großstädten größer 100.000 Einwohner Juni 2026 und bei Kommunen kleiner 100.000 Einwohner von Juni 2028. Aber die Beteiligung sollte auf jeden Fall vorher sein vor Abschluss. Die Frage ist ja dann auch noch mal, was passiert denn, wenn die Zeitpläne nicht eingehalten werden können? Zur Fertigstellung? Das dürfte dann wieder Landesrecht sein, wie das sanktioniert wird. Ich habe jetzt, glaube ich, im Bundesgesetz keine Sanktionen vom Bund Richtung Länder gesehen. Ob die Länder Sanktionen gegenüber ihren Kommunen haben, ist eine Landesfrage. Ja, ich glaube, ich habe ja noch eine Frage, was ist unter innovativer Heiztechnik zu verstehen? Das bezieht sich dann wahrscheinlich auf den Bonus beim BEG. Das ist ein Moment. Das sehe ich schon. Ich sage selbst nichts. Ich stelle das hier dabei. Ach, hier. Jetzt, genau. Wahrscheinlich geht es hier um Brennstoffzellen. Ich kann es aber gerade nicht im Detail sagen, was noch drin ist in der BEG-Förderung. Also Brennstoffzellen waren auf jeden Fall mal Teil der Förderung. Ob das noch ist, weiß ich gerade nicht. Oder wird man dann sehen müssen zum 01.04.2024, weil sie aktuell noch nicht veröffentlicht haben. Also ich glaube, das ist in der Folie ganz unten. Ich vermute, dass das gemeint ist. Und das Solartermienanlage. Das ist ein 5% Bonus. Die 5%, die bezieht sich auf die Wärmepumpe. Ja. Wenn ich eben natürliche Kältemittel nehme mit geringem Treibhausgas-Koeffizient, das heißt CO2, Ammoniak, sowas, kriege ich Förderung. oder eben Erdwärmesonden. Aber das war hier die Innovativ-Heiztechnik. Ja, wir haben ansonsten noch recht viele Fragen zum Thema Wärmenetze. Ich würde mal sagen, das nehmen wir dann mit in den zweiten Teil. Und machen jetzt erst mal eine kleine fünfminütige Pause und freuen uns dann, Sie nach dieser Pause gleich wiederzusehen. Gut, es geht weiter. Ich begrüße Sie zum zweiten Teil des ersten Grundkurses zur strategischen Wärmeplanung. Und ja, wir kommen jetzt in die eigentliche Wärmeplanung rein. Wie geht man eigentlich vor und wie kommt man zu einer Aussage kräftigen Wärmeplanung? Raphael Grusek. Ja, besten Dank. Genau, das heißt, jetzt im ersten Teil haben wir uns das GEG angeschaut. Wir haben uns jetzt angeschaut, wie, was sieht eigentlich der Betrachter draußen? Also er hat sein Gebäude, wird zu irgendwas verpflichtet, muss ich, muss jetzt hier Gesetze einhalten, aber er ist in den ersten 24 Prozent erneuerbare Ausnahmeregeln und so weiter. Fragt sich, wann kommt hier ein Wärmenetz? Ganz viele Fragen. Und jetzt wurde auch in der politischen Debatte im letzten halben Jahr sehr häufig gesagt, ja, okay, jetzt warten wir mal die Wärmeplanung ab und dann weiß er ja ganz genau, was da kommt und dann ist ja alles gut. Als Person, die schon seit über drei Jahren zur Wärmeplanung berät, war ich etwas überrascht von dieser Eindeutigkeit, die im politischen Diskurs da plötzlich war, dass die Wärmeplanung all diese Fragen beantworten kann. Das ist leider nicht ganz so einfach. Und da schauen wir doch einfach mal gleich zu Beginn ins Gesetz, was da ganz oben steht, ja, die Wärmeplanung ist eine rechtlich unverbindliche strategische Fachplanung. Rechtlich unverbindlich. Gerade vorher hatten wir, ja, es ist gut und sinnvoll, dass, oh, Entschuldigung, dass der Gebäudeeigentümer möglichst genau weiß, wann und wo ein Wärmenetz kommt und es steht hier rechtlich unverbindlich. Die Wärmeplanung gibt da nichts nach draußen. Die Wärmeplanung ist eigentlich nur, ja, die Kommune macht sich mal ein paar Gedanken. Und wie das zusammengeht und wie sich die Kommune sich diese Gedanken macht, das schauen wir uns jetzt mal genauer an. Das Ziel der Wärmeplanung ist, dass die Raumwärme, Warmwasser und Prozesswärme auf erneuerbare Energien und unvermeidbare Abwärme bis spätestens 2045 umgestellt wird. Das Spannende hier ist wirklich, oder was meistens übersehen wird, ist auch hier die Prozesswärme. Die habe ich zumindest auch bei mir hier im Landkreis ganz häufig nicht berücksichtigt gesehen, weil da Ingenieurbüros auch sagen, okay, da haben sie zu wenig Wissen darüber, sowohl über die Prozesse, was konkret in den einzelnen Unternehmen passiert, wie auch, dass die Datenlage nicht gut ist. Erst recht wissen sie nicht, wie das umgestellt wird. Und daher beschränken wir uns auch, wie ich uns heute hier auf Raumwärme und Warmwasser. Dass es eben Prozesswärme gibt, wo ich direkt elektrisch oder auch mit Wasserstoff heiz, auf jeden Fall. Das ist aber eben nicht das, was den Großteil der Bürger draußen bewegt. Das ist nicht das, genau, also dieses Prozesswärme ist nicht das, was uns da irgendwie da groß beschäftigt oder auch im Gebäudeenergiegesetz spielt die Prozesswärme gar keine Rolle. Was steht jetzt konkret im Wärmeplanungsgesetz drin? Prinzipiell die Pflicht zur Erstellung einer Wärmeplanung für alle Gemeindegebiete mit über 100.000 Einwohner spätestens bis 30. Juni 2026 und für alle Gemeindegebiete mit bis zu 100.000 Einwohnern, spätestens bis zum 30. Juni 2028. Tatsächlich sind nicht die Kommunen verpflichtet, sondern der Bund verpflichtet eben die Länder und die Länder werden dann wahrscheinlich ihre Kommunen verpflichten. Das heißt, es wird noch überall noch Landesgesetze brauchen oder notwendig sein, damit das Ganze auch wirklich die Kommunen verpflichtet. Und das ist ein bisschen genau der Punkt, wo ich gerade gestruggelt habe vor, wenn jetzt der Bund das Gesetz erlässt, inwieweit dann die Kommunen weiterhin noch berechtigt sind, Förderprogramme in Anspruch zu nehmen, weil allein durch das Bundesgesetz sind die Kommunen noch zu gar nichts verpflichtet. Das heißt, es kann gut sein, dass obwohl jetzt schon die gesetzliche Pflicht da ist, dass eine Wärmeplanung erstellt wird, die Kommunen weiterhin Fördergelder bekommen können. Würde ich jetzt aber auch keine Hand ins Feuer legen wollen. Das ist tatsächlich da gerade alles sehr im Fluss und auch immer alles sehr, sehr knapp. Also wir haben jetzt schon Mitte November. Das Gesetz soll zum 1. Januar in Kraft treten. Ja, es gibt noch keine Merkblätter oder sonst was vom Fördergeber dazu, weil einfach dieses Gesetz noch gar nicht da ist. Und bis es nicht da ist, kann man auch solche Aussagen einfach nicht final beantworten. Das Gesetz soll jetzt aber im Laufe dieser Woche verabschiedet werden. Aktuell ist aber eben auch noch nicht klar, mit welchen Änderungen. Das heißt, wir reden jetzt hier aktuell nur über einen Entwurf und wird jetzt dann hoffentlich die nächsten Tage dann auch mal das Schreiben des entsprechenden Ausschusses kommen, wo die ganzen Änderungen drinstehen. Das heißt, an allem, was ich jetzt zeige, da kann es gut sein, dass sich noch was ändert. Gleichzeitig die wesentlichen Grundzüge sollten so bleiben. So, bisher, wenn man über Wärmeplanung geredet hat, hat man sich häufig den Prozess in Baden-Württemberg angeschaut. Da besteht die Wärmeplanung aus vier Schritten der Bestandsaufnahme. Man schaut mal, welche Häuser sind denn da, wie viel Energie brauchen die, GHD, wie sieht dein Energiebedarf aus? Ich mache einen Wärmekataster. Ich trage da auch alle Gasnetze ein, trage da alle Wärmenetze ein und so weiter. Dann mache ich in dem zweiten Schritt die Potenzialanalyse, schaue, welche energetische Potenziale es gibt, woher gibt es unvermeidbare Abwärme, kriege ich aus dem Abwasserkanal Wärme, habe ich freie Flächen, wo ich Solarthermieranlagen machen kann, kann ich sessionale Speicher bauen, all diese Dinge, aber auch zum Beispiel Potenzialenergetik Sanierung. Das ist der zweite Schritt, Potenzialanalyse. Der dritte Schritt ist eine Aufstellung von einem Zielszenario. Ich sage, so und so könnte im Jahr 2040 eine klimaneutrale Wärmeversorgung aussehen. Ich mache da noch verschiedene Berechnungen, CO2-Bilanz, das Clustern, wie viel Wärme kommt aus dem Wärmenetz und so weiter. Und ganz zum Schluss mache ich eine kommunale Wärmewendestrategie, die in Baden-Württemberg aus fünf Maßnahmen besteht, im Wesentlichen fünf Maßnahmen, die unmittelbar begonnen werden müssen. Dazu braucht es einen Akteur und Bürgerinbeteiligung. Das ist das, wie man bisher Wärmeplanung kennt. Wenn man ins Bundesgesetz reinschaut, sind es plötzlich nicht mehr vier Schritte, sondern sieben Schritte. Und da hat sich insbesondere der Anfang und das Ende der Wärmeplanung verändert. Und ich glaube an ganz interessante Punkte, die da dazukamen, wo es sich auf jeden Fall lohnt, sich diese jetzt einfach mal näher anzuschauen. Was sich prinzipiell auch geändert hat, ist, dass dieses Gesetz wesentlich genauer ist. Während die Wärmeplanung in Baden-Württemberg ein Gesetzestext ist, der vielleicht zehn Zeilen Text hat, reden wir jetzt bei der Wärmeplanung des Bundes über einen Gesetzestext, der eher 30, 40 Seiten lang ist, mit Anhängen und so weiter. Das heißt, wir haben diese Wärmeplanung des Bundes ist gesetzlich sehr, sehr, sehr genau geregelt. Da sind sicher auch schon einige Dinge per Gesetz geregelt, die man lieber in eine Verordnung gepackt hätte. Aber jetzt steht es im Gesetzestext drin, wird sich zeigen müssen, wie gut das geeignet ist oder ob es da nochmal Änderungen bedarf. Aber es ist halt jetzt kein Gesetz, was alle Änderungen etwas schwieriger macht. Und so sind hier die einzelnen Schritte, sind in einzelnen Paragraphen notiert. Als erster Schritt in der Wärmeplanung des Bundes ist der Beschluss über die Durchführung der Wärmeplanung und die öffentliche Bekanntmachung dessen. Dass das jetzt so ein formaler Beschluss gibt, ist auch schon Ausdruck davon, dass versucht wird, dass die Wärmeplanung eben nicht nur rechtlich unvermündlich ist, sondern eben in speziellen Situationen auch eine rechtliche Außenwirkung entfalten kann. Das war bei der Wärmeplanung Baden-Württemberg nie angedacht. Da war es da nie notwendig, so ein formales Vorgehen zu haben. Bei der Wärmeplanung des Bundes denkt man das jetzt mit. Das sie gegebenenfalls eben auch eine rechtliche Außenwirkung hat. Daher gibt es hier auch einen formalen Beginn und eine öffentliche Bekanntmachung dessen. Dann kommt hier als zweites die Eignungsprüfung und verkürztes Verfahren nach Paragraph 14. Und zwar kann die Kommune, wenn die nachher ausführende Träger ist, untersuchen, ob Gebiete oder Teilgebiete ihrer Kommune mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit nicht für ein Wärmenetz oder Wasserstoffnetz geeignet sind. Das ist insbesondere dann der Fall, wenn es aktuell kein Wärmenetz oder Gasnetz vorhanden ist und die Siedlungsstruktur das nicht erwarten lässt, dass es wirtschaftlich ist. Das heißt, wir haben eben zum Beispiel einen sehr geringen Wärmebedarf, sodass man sagen kann, boah, okay, hier muss ich auf keinen Fall ein Wärmenetz. Wobei das, ich würde sagen, gar nicht so einfach ist. Es gibt zum Beispiel auch viele Bioenergie-Dörfer, die einen sehr geringen Wärmebedarf haben und trotzdem ist ein Wärmenetz wirtschaftlich, weil sie eben zum Beispiel eine sehr günstige Abwärmequelle haben, eine Biogasanlage und dann ein Akteur, der keinen großen Gewinn will und plötzlich ist es wirtschaftlich. Das heißt, generell zu sagen, dass ein Wärmenetz nicht wirtschaftlich ist, wird gar nicht so einfach sein, aber bei einzelnen Höfen, die irgendwie weit voneinander entfernt liegen, kann man das sicher annehmen. Beim Wasserstoffnetz gibt es oder beim Gasnetz gibt es auch die Möglichkeit zu sagen, auch wenn ein Gasnetz ist, dass es die Umstellung auf Wasserstoff nicht wirtschaftlich wird, da zieht man zusätzlich noch auf die Abnehmerstruktur ab, wo man sagt, okay, mit dieser Abnehmerstruktur, also zum Beispiel nur private Gebäude, keinerlei Prozesswärme, wo es irgendwie Wasserstoff notwendig wäre, erscheint es auch unwirtschaftlich. Wenn das so festgestellt wird, dann kann ohne Erhebung von Daten gesagt werden, okay, hier brauchen wir keine große Wärmeplanung zu machen, da müssen im Wesentlichen nur noch die Potenziale für die dezentrale Versorgung erhoben werden und dann ist man schon fertig. Das Ganze kann ich eben für die ganze Kommune machen oder auch nur für Teilgebiete, insbesondere eben auch für Kommunen kleiner 10.000 Einwohner soll das das für kürzte Verfahren sein. Details kommen da aber ganz sicher noch einige. Dann kommen eben die drei Schritte, die wir gerade vorher schon hatten, Bestandsaufnahmen, Potenzialanalyse und die Aufstellung des Zielszenarios. Die Aufstellung des Zielszenarios in § 17 bezieht sich zum einen nach hinten und sagt, ja, okay, die Ergebnisse aus § 15 und 16 werden berücksichtigt, aber das Zielszenario besteht natürlich auch insbesondere aus § 18 und 19, also die Einteilung in Wärmeversorgungsgebieten und Arten. Und das ist ganz interessant, was da jetzt gemacht wird. interessant aus der Praxis, wenn man das jetzt schon drei Jahre begleitet hat, weil das etwas ist, was bisher nicht selbstverständlich war. Also in § 18 Einteilung des beplanten Gebiets in voraussichtliche Wärmeversorgungsgebiete. Das heißt, jedes Gebiet, was mit Wärme versorgt wird, wird eingeteilt in eine Kategorie zwischen Wärmenetz, Wasserstoff oder dezentrales Gebiet. Und zwar, die Technologie soll gewählt werden, die sich besonders eignet. Das sind zum einen geringe Wärmegestürungskosten, geringe Realisierungsrisiken, ein hohes Maß an Versorgungssicherheit und geringe kumulierte Treibhausgasemissionen bis zum Ziel hier. Das sind also die vier wichtigen Bewertungskriterien, nach denen ich aussuchen soll, welche Wärmeversorgung in diesem Gebiet kommen wird. Und das sieht man natürlich auch schon, dass ich auch nicht so eindeutig bin, dass Wasserstoff, das im Bogengebiet nicht sein wird, ja, Wasserstoff hat halt gewisse Realisierungsrisiken. Bei Wasserstoff habe ich bis ich auf Wasserstoff umstelle, hohe CO2-Emissionen, zum Beispiel durch Erdgas oder Erdöl. Ich habe nicht unbedingt die Versorgungssicherheit garantiert, weil der Wasserstoff importiert werden muss und die Wärmegestürungskosten sind auch nicht so niedrig. Das heißt, wenn ich das zum Beispiel einfach vergleiche mit einer Wärmepumpe, wo ich unmittelbar auf erneuerbare Energien umstellen kann, den Strom hier lokal produzieren kann, ich schon heute weiß, dass die Wärmepumpentechnologie in ausreichend Mengen verfügbar ist. Wir haben ja da gerade einen ganz großen Markthochlauf und es eigentlich auch heute schon preiswert ist, und sich sogar mit Gasheizung schon messen kann, dann ist das einfach ein viel, viel geringeres Risiko und das heißt, allein nach diesen Bewertungskriterien sieht man dann eben schon ganz viele Gebiete, wenn es dezentral ist, es wird eher dezentral wie ein Wasserstoffgebiet und dann ist eben dann noch die Frage, ob es wirklich ein dezentrales Gebiet wird oder ein Wärmennetzgebiet. Und das spannende an dem Paragraf ist jetzt, dass hier diese Einteilung nicht nur für das Zieljahr erfolgt, sondern auch für die Betrachtungspunkte 2030, 2035 und 2040. Das heißt, gerade bei dem Thema Wärmenetz sehe ich jetzt plötzlich eine Ausbaureihenfolge. Ich sehe, wo wird als erstes Wärmenetz realisiert bis 2030, ich sehe, was danach kommt bis 2035, dann 2040 und dann erst 2045. Das heißt, für BürgerInnen habe ich jetzt hier in dem Gesetz plötzlich eine sehr, sehr hohe Planungssicherheit. Wenn Leute jetzt eine 20 Jahre alte Gasheizung haben, dann können die sagen, okay, noch fünf, sechs Jahre bis 2030 hält die auf jeden Fall, gar kein Problem. Da warten sie doch mal noch und schließen sich dann gerne direkt ins Wärmenetz an. Aber ob die bis 2045 hält, wahrscheinlich eher nicht. Oder zu sagen, ah, wenn erst 2045 das Wärmenetz kommen soll und meine Heizung geht jetzt heute kaputt, will ich jetzt echt nochmal 20 Jahre lang eine Gasheizung einbauen, ist mir das dann nicht zu teuer auf dem Weg dahin mit den ganzen CO2-Emissionen, mit dem CO2-Preis, der immer teurer wird. Das heißt, dass ich hier nicht nur das Ziel betrachte, sondern den Weg dahin gibt den Bürgern ganz, ganz viel Information. Für sie als Kommune, die das jetzt aber diesen Plan erstellen müssen, ist plötzlich die Frage, ja, woher kommt denn eigentlich der Plan, wann ich bis wohin ausgebaut habe? Wie groß wird das Wärmenetz? Wie schnell wächst das Wärmenetz? Das wirft natürlich ganz viele Fragestellungen auf. Und was unsere Erfahrung ist, ist, dass diese Fragen eigentlich nur die Kommunen beantworten können, die einen Wärmenetzbetreiber haben. Die sagen, okay, ich habe eigene Stadtwerke und diese Stadtwerke, mit denen wird sich dann intensiv zusammengesetzt, redet man da drüber, wie groß sind heute die Planungs- oder die Baukapazitäten für Wärmenetze? Wie können die sich entwickeln? Und dann kann man einen Fahrplan aufbauen. Und das heißt, an dieser Stelle wird es ganz, ganz zentral, wer setzt das Ganze um? Das ist eine ganz wichtige Frage und die muss beantwortet werden. Das ist in Baden-Württemberg jetzt bei ganz vielen Wärmeplänen tatsächlich nicht beantwortet worden, sondern man hat einfach nur gesagt, technisch geht hier ein Wärmenetz. Aber niemand hat beantwortet, wer setzt das eigentlich um? Gibt es jemand, der Interesse hat, hier ein Wärmenetz umzusetzen? Genau. Zusätzlich wird in dem Paragraf auch gesagt, dass noch Gebiete ausgewiesen werden sollen mit hohem Energieeinsparpotenzial, die zum Beispiel städtebauliche Sanierungsgebiete werden sollen. Das heißt, da habe ich dann auch nochmal einfach ein anderes Ergebnis nochmal raus, was mir dann noch in weiteren Schritten helfen kann. Was jetzt im nächsten Paragraf, in Paragraf 19 drin ist, ist, dass ich für jedes Teilgebiet sagen soll, wie gut es geeignet ist für die verschiedenen Wärmeversorgungsarten. Das heißt, ich nehme ein Teilgebiet und sage nicht nur, okay, ich will, dass hier ein Wärmenetz hinkommt, das ist das, was am wirtschaftlichsten ist, sondern ich bewerte sowohl Wärmenetz, Wasserstoff, als auch dezentrales Gebiet, wie gut ist es geeignet. Von sehr wahrscheinlich geeignet über wahrscheinlich geeignet, wahrscheinlich ungeeignet, bisher wahrscheinlich ungeeignet. Das heißt, als Entscheidungsträger oder auch als Bürger sehe ich plötzlich nicht nur, hier ist im Zielszenario ein Wärmenetz, sondern ich sehe auch, oh, gibt es gute Alternativen? Wenn da zum Beispiel ein Wärmenetz eingetragen ist, als wahrscheinlich geeignet, aber genauso gut ist die dezentrale Versorgung als wahrscheinlich geeignet eingetragen, dann weiß ich, ja, okay, es ist nicht tragisch, wenn vielleicht das Wärmenetz nicht kommt, dann machen die Gebäude eigentlich immer halt die zentrale Wärmepumpen. Wenn ich jetzt aber die Innenstadt habe, sehr, sehr dichte Bebauung und ich habe da Wärmenetz als sehr wahrscheinlich geeignet eingetragen und die Luftwärmepumpe als sehr wahrscheinlich ungeeignet, weil die Innenstadt einfach viel zu dicht ist, da gar kein Platz ist, um Wärmepumpen zu installieren, dann sollte jedem Entscheidungsträger klar sein, okay, hier müssen wirklich unbedingt Wärmenetze hin. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass das dann frühzeitig angegangen wird, dass man die Planungssicherheit sicherstellt, dass da auch wirklich ein Wärmenetz kommt. Das heißt, dass ich hier nochmal eine Übersicht habe, wie wahrscheinlich welche Variante ist, gibt einen ganz, ganz großen Mehrwert. Den gibt es momentan in Baden-Württemberg, gibt es diese Übersicht nur in ganz wenigen Fällen von sehr wenigen Ingenieurbüros, die das wirklich sauber auch schon aufbereiten. und ich glaube, das kann wirklich den politischen Diskurs extrem bereichern, weil ich habe plötzlich die Unterscheidung, nicht nur, was ist hier sinnvoll, sondern auch, gibt es andere gute Optionen. Und wenn es andere gute Optionen gibt, dann kann ich ja drüber streiten. Kriegen wir das hin, Wärmenetz aufzurealisieren, sei es von den Bauzeiten, sei es vom Akteur oder eben nicht. Und das Zusammenspiel mit dem anderen Schritt mit dem Schritt vorne dran, wo wir sagen, ja, wir haben auch noch die verschiedenen Zieljahre im Fokus, gibt plötzlich ein Bild, wo ich sehr genau einschätzen kann, was passieren kann. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, okay, ich habe hier ein Gebiet, was bis 2030 ein Wärmenetz haben soll und es ist sehr wahrscheinlich geeignet, aber die Wärmepumpe ist sehr wahrscheinlich ungeeignet, dann sollten wirklich alle Hebel in Bewegung setzen, dass da auch wirklich ein Wärmenetz hinkommt. Wenn ich aber ein Gebiet habe, wo ich sage, ja, 2040 kommt vielleicht ein Wärmenetz und das Wärmenetz ist wahrscheinlich geeignet, die Wärmepumpe ist aber auch wahrscheinlich geeignet, ja, dann wird man mal schauen müssen. Wenn dann schon 30, 40 Prozent der Leute dezentrale Wärmepumpen installiert haben, dann wird da wahrscheinlich kein Wärmenetz mehr hinkommen. Dass ich sowohl über den Planungszeitraum wie auch über die Alternative dann abschätzen kann, hm, so richtig sicher ist es nicht, dass da ein Wärmenetz kommt. Und diese Daten, die muss jetzt das Planungsbüro aufbereiten und eben zur Verfügung stellen, sowohl für die Entscheidungsträger wie aber auch für die BürgerInnen, dass das alle eben mit einem guten informierten Stand haben. Aber eben auch hier wieder, es ist sehr, sehr wichtig, wer setzt das Ganze um. Ob ein Wärmenetz sehr gut geeignet ist, hängt nun mal auch von der Renditeerwartung ab, hängt davon ab, was für ein Akteur das umsetzt. Das heißt, es ist gar nicht so einfach, wenn ich eben noch nicht weiß, wer das am Ende machen soll. Da schauen wir mal noch in Paragraf 20 rein. Der ist nämlich auch sehr spannend, der geht weit über das hinaus, was aktuell in Baden-Württemberg drinsteht. Ich bin gespannt, ob der wirklich genau so verabschiedet wird oder ob es hier nochmal eine Veränderung gibt, nämlich in Paragraf 20 Umsetzungsstrategie. Da steht dann, dass die planungsverantwortliche Stelle eine Umsetzungsstrategie entwickeln muss, mit von ihr unmittelbar selbst zu realisierenden Umsetzungsmaßnahmen, mit denen das Ziel der Versorgung mit ausschließlich aus erneuerbaren Energien bis zum Ziel erreicht werden kann. Das heißt, die planungsverantwortliche Stelle, das wird im Normalfall die Kommune sein, muss Maßnahmen beschließen, mit denen Klimaneutralität erreicht wird. Und zwar Maßnahmen, die sie selbst durchführen kann. Das kann zum Beispiel sein, ich habe ein Sanierungsmanagement und informiere Bürger darüber, wie sie Gebäude sanieren. Aber es kann natürlich auch sein, ich errichte ein Wärmenetz. Was an der Stelle auch möglich ist, ist, dass sie Vereinbarungen schließt mit Dritten, die dann diese Maßnahmen umsetzen. Und das ermöglicht ihr jetzt zu sagen, ah ja, okay, nee, also ich als Kommune will gar kein Wärmenetz bauen, aber ich habe hier einen externen Akteur, der baut in meiner ganzen Innenstadt das Wärmenetz, ja wunderbar, dann schließe ich hier in die Vereinbarung, passt. Aber wenn die Kommune jetzt aufgrund dieses Paragraphs anfängt, niemanden zu suchen und niemanden findet, dann muss sie sich halt anfangen, die Frage zu stellen, entweder macht sie es selbst oder aber sie muss ein anderes Ergebnis in die Wärmeplanung reinschreiben, weil sie sagt, okay, offensichtlich finde ich niemanden, das Realisierungsrisiko ist zu groß, dann müssen wir ein anderes Zielszenario wählen. Und das halte ich für sehr, sehr, sehr wertvoll, dass sich frühzeitig Gedanken darüber gemacht werden, wer setzt das Ganze um, wie ist das Ganze umsetzbar, in welchem Zeitplan läuft das ab, und das ermöglicht jetzt, dass die Wärmeplanung wirklich aufzeigen kann, wie die lokale Wärmewende umgesetzt wird. Und unsere Erfahrung ist, dass in den meisten Kommunen, wo es bisher keine Stadtwerke gibt, wir eigentlich darüber reden und diskutieren, wie bringen sich Kommunen da ein, dass danach das tatsächlich umgesetzt werden kann. Thema Akteur ist aber ein ganz eigenes Thema, darüber wollen wir vor allem morgen diskutieren. Wenn ich jetzt diese Paragraphen 18, 19 und 20 anschaue, die wir jetzt gerade hatten, dann wirkt das alles sehr, sehr verbindlich, aber wir dürfen eben nicht vergessen, die Wärmeplanung hat immer noch keine rechtliche Außenwirkung. Im GEG gab es doch aber diesen Paragraphen, wo sie eine rechtliche Außenwirkung hatte mit den zehn Jahren beim Wärmenetz oder beim Wasserstoffnetz bis 2045. Wie hängt das jetzt zusammen? Ja, ich habe hier mal eine kleine Übersicht. Bei der Wärmeplanung Baden-Württemberg war das nie angedacht, dass die irgendwie eine rechtliche Außenwirkung hat. Das heißt, es war ganz klar, es ist ein unverbindlicher Wärmeplan nach Landesgesetz. Auch die Wärmeplanung des Bundes ist erst mal rechtlich unverbindlich, hat keine rechtliche Außenwirkung. Und was es jetzt hier die Möglichkeit gibt, ist, einen gesonderten Beschluss zu fassen. Das heißt, die Wärmeplanung wird beschlossen und fertiggestellt, ist eine rechtlich unverbindliche Planung, keine rechtliche Außenwirkung, fertig. Und jetzt wird ein gesonderter Beschluss gefasst, der einer Art Kommunalsatzung gleicht, wo dann drin heißt, okay, wir weisen ein Wärmenetzausbaugebiet aus oder wir weisen ein Wasserstoffnetzausbaugebiet aus. Und diese Ausweisung, die muss gar nicht die gesamte Kommune sein. Also man ist nicht verpflichtet zu sagen, oh, ich habe hier zehn Quadratkilometer Wärmenetz, jetzt muss ich alle Wärmenetze ausweisen, sondern ich kann auch sagen, nee, ich weise hier nur den kleinen Teil aus. Und durch diese Ausweisung bekommt es eine rechtliche Außenwirkung. Und das ist ein gesonderter Beschluss. Und an der Stelle ist es natürlich jetzt ganz heikel, weil genau dieser Beschluss verursacht jetzt, dass Leute schon in einer Stadt kleiner 100.000 Einwohner schon vor Juni 2028 keine fossilen Heizungen mehr einbauen dürfen. Das heißt, an der Stelle wird es plötzlich sehr, sehr politisch. weil auf der einen Seite kann ich mein Wärmenetz ganz extrem stützen, indem ich sage, ich weise das jetzt aus. Klasse. Die Leute können keine fossilen Heizungen mehr einbauen. Viel wahrscheinlicher, dass sie sich jetzt ans Wärmenetz anschließen. Umgekehrt können natürlich auch alle Gegner sagen, jetzt verbietet ihr den Leuten, dass sie Öl- und Gasheizung einbauen dürfen. Die dürften sie doch noch bis Juni 2028 einbauen. Ich habe es vorher schon gesagt, ich halte das absolut nicht für sinnvoll in so einem Fall, dass die Leute nochmal Gas- und Ölheizung einbauen. Aber dieser gesonderte Beschluss wird ein sehr großes Politikum sein, wo man den ausweist, inwieweit man den ausweist und so weiter. Und da hilft es natürlich, umso mehr ich eine Umsetzungsperspektive hinten dran habe. Wenn ich schon genau weiß, der und der Akteur setzt mir das um, wir sind eigentlich schon in Startlöchern und ich es dann ausweist, dann brauche ich viel weniger Widerstand zu erwarten, wie wir ihnen eigentlich noch komplett unklar ist, wie das passieren soll. Also schauen wir uns mal mein kleines Fazit zum Wärmeplanungsgesetz an. Das Wärmeplanungsgesetz ist ein bisschen zerrissen. Auf der einen Seite habe ich eine wahnsinnig hohe Planungstiefe mit einem zeitlich geschichteten Ausbau. Ich habe konkrete Maßnahmen, für die die Kommune verpflichtet ist, aber es hat keine rechtliche Außenwirkung. Und das ist ein Spannungsverhältnis, das muss man überhaupt erstmal inhaltlich transportiert bekommen. Also weil die meisten, was ich gerade erlebt, ist, die meisten glauben, die Wärmeplanung sei verbindlich. Aber auch wenn die kommt mit einem sehr, sehr hohen Anspruch, ist sie rechtlich nicht verbindlich, hat keine rechtliche Außenwirkung. Nächster Punkt ist, ohne Akteur, der die Wärmeplanung umsetzt, bleibt sehr, sehr vieles unbestimmt und wagen. Ich kann eben nicht genau sagen, wann das Wärmen jetzt kommt, ob es 2030 oder 2035 kommt. Und das ist eine wahnsinnige vertane Chance, wenn ich das nicht sagen kann, weil ich eben zum Beispiel Gebäudeeigentümern dann keine Planungssicherheit geben kann. Das heißt, wirklich Planungssicherheit entsteht erst im Zusammenspiel mit Akteuren, die das Ganze umsetzen können. Und daher meine ganz klare Empfehlung, gleich vom Beginn an der Wärmeplanung, schon während der Bestandsaufnahme, sich Gedanken machen, wer kann das umsetzen? Welche Rolle kann die Kommune da drin einnehmen bei der Umsetzung? Das ist nicht einfach. Die Wärmeplanung dauert ein Jahr, anderthalb Jahre. Und diese Frage zu beantworten, wer setzt das nachher um? Dafür brauchen Sie sicher auch eine anderthalb Jahre. Also fangen Sie damit wirklich frühzeitig an. Und dann abschließend, wenn ich die Wärmeplanung als reines Pflichtprogramm verstehe, als Kommune und sage, ja, ich muss das jetzt abarbeiten, das ist jetzt nochmal so ein nerviges Ding, dann wird sie kaum einen Mehrwert liefern. Wenn ich die Wärmeplanung hingegen als Chance begreife, um die Wärmewende zu gestalten, dann kann sie wirklich ein sehr, sehr, sehr gutes Instrument sein. Dafür muss ich aber eben auch wirklich das Maximale da rausholen wollen. Und dann kann das sehr gut funktionieren. Jetzt noch abschließend zusammenfassend, EEG und WPG. Nochmal so, wo haben wir ursprünglich angefangen? Das EEG setzt den unmittelbaren Rahmen für die Bürger, für die Unternehmen, aber auch die kommunalen Liegenschaften. Und das ist das, was im öffentlichen Diskurs ist, in der öffentlichen Debatte. Das ist das, was alle mitbekommen. Da ist die Frage, welche Pflichten und welche Möglichkeiten bestehen für mein Gebäude. Da habe ich einen starken Fokus auf das einzelne Gebäude. Und wenn die Heizung am kaputt gehen ist, werde ich sehr ungeduldig und will wissen, was da passiert. Das ist aber eben nicht die strategische Ebene. Das macht die Wärmeplanung. Die Wärmeplanung ist die Planung, die uns den Gestaltungsraum gibt, dass ich wirklich sagen kann, okay, wie tue ich jetzt hier eine langfristige Strategie gestalten, damit möglichst viele Leute bei ihrem Heizungstausch auch gute Möglichkeiten haben. Und da kann ich einen Rahmen setzen, den nachher der einzelne Gebäudeeigentümer voll ausnutzen kann. Das ist aber dann eben trotzdem eine wahnsinnige Experten-Diskussion. Das wird die meisten Bürger nicht interessieren, obwohl man sagt, das ist doch genau das Relevante. Unsere Erfahrung ist, die meisten Bürger interessiert nur das GEG oder die Förderung dazu, aber die Wärmeplanung ist eigentlich das, wo bestimmt, wo geht die Reise hin. Das heißt, hier wirklich mit Weitsicht und Strategie einen guten Wärmeplan entwickeln, da kommt man da auch vorwärts und bietet eben allen Planungsicherheit. Soweit von meiner Seite. Jetzt gibt es sicher noch eine große Runde Frage. Ja, vielen Dank, Raphael Gusek, für diese kompakte Übersicht über diese Gesetze. Ich glaube, es ist relativ einzigartig, das in so einer Veranstaltung zu haben, deswegen bin ich auch sehr froh darüber. Wir haben jetzt noch eine Viertelstunde Zeit und haben noch sehr viele Fragen, deswegen muss ich leider schon mal warnen, dass wir wohl nicht mehr schaffen, alle zu bearbeiten, aber wir haben ja auch noch morgen, wo wir uns noch mal mehr mit den Wärmenetzen überhaupt beschäftigen, also wo können Wärmenetze gut umgesetzt werden und auch die Frage zu den Akteuren, also welche Akteure brauchen wir und wie kommt man an Akteure, wenn man keine hat. Ich würde ganz gerne noch zwei Komplexe hier aufgreifen und der erste Komplex, da geht es eben um, schon mal doch so ein bisschen um diese Wärmenetze, beziehungsweise die Aussicht auf die Wärmenetze in der Wärmeplanung, da gab es zum einen die Frage, also von jemandem, der sagte, dass seine Kommune pauschal sagt, dass das Gasnetz in 30 Jahren auf Wasserstoff umgestellt wird, ist die Frage, also seine Frage war, was halten Sie davon, die Frage ist ja auch, ja, geht das im Rahmen der Wärmeplanung, ich würde mal sagen, nach dem gehörten wahrscheinlich schon, aber das leitet auch über zu einer anderen Frage, gibt es eigentlich Qualitätskriterien für eine Wärmeplanung, also wird es nochmal irgendwie geprüft, ob das überhaupt als Wärmeplanung so durchgehen kann, es war eine Frage danach, wie werden dann Wärmenetze überhaupt regenerativ und wir hatten die Frage nach der Bedeutung der kalten Nahwärme, also was bietet die kalte Nahwärme, in welchen Bereichen ist das eine Lösung, vielleicht so in diesem Strauß der Fragen mal so in den Raum gestellt. Sehr schön, vielen Dank für die Fragen. Genau, Gasnetz in 30 Jahren komplett auf Wasserschufe umgestellt, ja erstmal dann hoffentlich in 22 Jahren und nicht in 30 Jahren, weil 30 Jahren wäre es viel zu spät, ja die Kommune oder das Planungsbüro, was da meistens beauftragt wird, muss das dann halt sauber untersuchen, und sagen, ist das die wirtschaftlichste Variante mit dem geringsten Risiko? Würde ich ganz generell Zweifel dranheften, also muss man sich halt genau anschauen, warum sollte das hier die wirtschaftlichste Option sein? Und vor allem auch auf dem gesamten Transformationsweg dahin. Zusätzlich noch die Anforderung Treibhausgas, möglichst geringe Treibhausgasemissionen bis dahin zu haben. wird man sicher kreativ sein müssen, das zu begründen. Wenn man das begründet, wahrscheinlich geht es durch, aber ich glaube, genau deshalb muss man damit im politischen Diskurs, genau deshalb ist es so wertvoll, dass dann plötzlich drinsteht, ja und wie sehr sind die anderen Varianten geeignet? Und wenn dann da plötzlich steht, Wasserstoff ist sehr gut geeignet, aber die dezentrale Wärmepumpe sehr, sehr schlecht, ja dann kann man ja genau an der Stelle mal fragen, ja warum ist das so? Was wurden da zugrunde gelegt, wie wurde das berücksichtigt? An der Stelle passt auch sehr gut die Frage, Prüfung der Wärmepläne. Also in Baden-Württemberg läuft es jetzt nur so ab, dass hier sind ja die großen Kreisstädte, also die Kommunen mit über 20.000 Einwohnern bereits verpflichtet, bis zum Ende des Jahres die Wärmepläne zu erstellen. Die gesammelten Daten, Ergebnisse quasi nur, also vor allem, wie viel Biomasse wird gebraucht, wie viel Strom wird gebraucht, welche Umweltwärmequellen werden genutzt und so weiter, die werden an die Regierungspräsidien gereicht und die akkumulieren das. Die schauen sich das sehr überschlägig an, um zu schauen, sind diese Daten überhaupt plausibel. Aber in die Tiefen des Wärmeplans können die unmöglich einsteigen. Das heißt, an der Stelle Qualitätssicherung ist aus unserer Sicht wirklich ein sehr, sehr wichtiges Thema. Lassen Sie da mal lieber sechs Augen drüber gehen, wie nur zwei Augen, vier Augen. Also dieses Thema, Sie machen gerade den Plan, was in Ihrer Kommune in den nächsten 20 Jahren passiert, das ist gut, wenn Sie da ein gutes Ingenieurbüro auf der Seite haben, aber wenn Sie nochmal externen Berater bekommen, jemand, der sonst irgendwie Erfahrung hat, vielleicht benachbarte Stadtwerke, die Sie einfach dazu holen und sagen, hier, was haltet ihr davon, dann ist das ganz sicher ein Mehrwert, um da eine höhere Planungstiefe zu erreichen oder auch eine robustere Planung. Wie werden Wärmenetze regenerativ, war auch eine Frage, an und für sich sehr ähnlich wie Gebäude, nur im größeren Maßstab und ich nutze das, wo ich mit dem Gebäude nicht rankomme. Also die Wärmepumpe wird ein zentrales Element sein, auch bei großen Wärmenetzen, das heißt irgendwie Flusswärme, das hat gerade zum Beispiel in Mannheim eine sehr große Flusswärmepumpe eröffnet, die größte in Deutschland. Solarthermie ist ein zusätzliches Potenzial, vor allem in Verbindung mit zentralen Wärmespeichern, wo ich eben Wärme wirklich auch vom Sommer in den Winter rüberbringen kann, abwärme das, wo es gibt und dieser Prozess auch dauerhaft etabliert sein wird. Also ich kenne zum Beispiel Ort, wo eine sehr große Erdölrefinerie liefert, würde ich ein Fragezeichen dran heften, ob die in 20 Jahren noch lauft, die Erdölrefinerie, aber zum Beispiel ein Stahlwerk, was komplett auf Strom basiert, das wird ganz sicher weiter laufen. Und so muss ich so ein bisschen schauen, was finde ich. Abwasserkanal ist was Typisches, im Abwasserkanal kann ich üblicherweise 10% meiner Wärme meines Ortes rausziehen, wenn ich an der richtigen Stelle bin. Wunderbar, das kann ich schon meins Wärmenetz einspeisen, für die individuellen Gebäude steht es nicht zur Verfügung. Ja, dann noch die Frage zur kalten Nahwärme. Ja, ich würde sagen, kalte Nahwärme würde ich immer als geteilte Umweltwärme bezeichnen. Das heißt, ich habe nicht die Vorteile wie in einem Wärmenetz, nämlich, dass ich zum Beispiel einen großen Speicher haben kann, wo ich dann eine Woche lang keine Wärmepumpen laufen habe, wenn der Strompreis sehr, sehr hoch ist, weil jeder seine individuelle Wärmepumpe hat. Aber es ist eben meistens besser wie die individuelle Luftwärmepumpe, weil ich bessere energetische Potenziale geben kann, wie zum Beispiel gemeinsame Erdwärmesonden oder ich habe den Fluss, wo dann an einer Stelle mit einem Einlass- und Auslassbauwerk Wärme rausgeholt wird für alle. Das heißt, meistens ist es effizienter wie Luftwärmepumpen, aber systemdienliche Vorteile wie beim Warmwärmenetz, die verliere ich da ganz häufig dabei. Dann haben wir noch eine Frage, wann es Abschätzungen darüber gibt, also wann es genug regenerativen Strom gibt für die Wärmepumpen, also sowohl die individuellen Wärmepumpen als auch die Wärmepumpen, Großwärmepumpen in Wärmenetzen in Deutschland. Genau, das ist wirklich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wenn ich die Wärmeplanung mache, so blöd es klingt, ich muss darauf vertrauen, dass der Strom erneuerbar wird. Da haben wir im letzten Jahr sehr, sehr viele Gesetze gesehen, dass der Strom bis 2030 zu 80 Prozent erneuerbar sein soll. Und zwar nicht auf der Strommenge, die wir heute haben, sondern mit einem ordentlichen Strommachstum. Und das schon bereits bis 2030. Bis 2035 ist das Ziel komplett erneuerbar und die Strombereitstellung soll dann noch bis 2040 oder gerade 2045 weiter wachsen. Das heißt, inzwischen der Stromsektor ist auf dem richtigen Zielpfad, sowohl Wachstum im Sinne von der Gesamtmenge Strom, die wir produzieren, wie auch der Anteil der erneuerbaren Energien soll immer weiter wachsen. Und daher, ja, dem muss ich vertrauen, dass wir das hinkriegen. Deshalb müssen wir überall PV- Photovoltaikanlagen bauen, wo es geht, und Windräder bauen, wo es geht. Aber dafür darf ich es dann im Wärmesektor wirklich als Gesetz annehmen, dass der Strom erneuerbar wird. Norbert Weber hatte noch mal die Nachfrage, also wenn die Wärmeplanung verabschiedet ist, dann gibt es doch eine rechtliche Außenwirkung, nämlich dass ab diesem Zeitpunkt keine fossilen Heizungen mehr eingebaut werden dürfen. Ist das richtig? Also wie ist jetzt nochmal genau der Zusammenhang zwischen der WPG und GEG? Das ist an der Stelle tatsächlich leider missverständlich. Wenn ich ins Gebäudeenergiegesetz reinschaue, dann steht das da genau so, ich glaube, in § 71 Absatz 9, und ich lese da, ah ja, okay, einen Monat, nachdem die Wärmeplanung verabschiedet ist, hier darf ich nicht mehr nach Absatz 8 fossile Heizungen einbauen. Aber das GEG ist nicht der Ort, wo die Wärmeplanung definiert ist. Das heißt, ich muss dann dafür ins WPG, ins Wärmeplanungsgesetz reinschauen und schauen, wo steht, wo ist der entsprechende Paragraf, dass die Wärmeplanung einen Einfluss auf das GEG hat. Und das müsste jetzt § 26 im WPG sein, der da ganz klar sagt, nein, ich brauche einen gesonderten Satzungsbeschluss, sonst hat die Wärmeplanung keine rechtliche Außenwirkung. Und genau das führt gerade zu ganz, ganz vielen Missverständnissen, dass alle Leute das GEG vorlegen, weil das GEG ist schon beschlossen, aber ich eigentlich ins WPG reinschauen müsste, was gar nicht beschlossen ist, um das GEG richtig zu verstehen. Also das haben wir wirklich gerade über die gesamte Bandbreite, dass das gerade falsch erzählt wird. Gesamte Bandbreite von allen Experten, also wirklich Leuten, die ich sehr, sehr schätze, die es in öffentlichen Vorträgen schon falsch dargestellt haben. Und wo gerade auch die KRBW versucht, auf allen Kanälen zum Beispiel, also die Landesenergieagentur Baden-Württemberg, das richtig zu stellen. Weil in Baden-Württemberg ist das wirklich sehr, sehr relevant, weil jetzt dann über 50 Prozent der Bürger in Kommunen leben, wo schon eine Wärmeplanung vorliegt. Und ja, die dürfen weiterhin auch ab dem 01.01.24 fossile Heizungen einbauen. Gibt es denn eine Garantie, dass irgendwann dieser Beschluss kommt oder können Kommunen auch einfach sagen, wir fassen gar keinen Beschluss und dann gilt das GEG nie? Jein. Also genau, es gibt keinen Zwang, diesen Beschluss zu fassen. Aber eben im GEG steht ja ganz klar drin, bis Juni 2028 für Kommunen 100, kleiner 100.000 Einwohner oder bis eine Wärmeplanung vorliegt. Das heißt, dieses oder bis eine Wärmeplanung vorliegt. Genau diesen Satz würde ich dann einfach durchstreichen. Dann entstehen ja keine Missverständnisse mehr, nämlich dann Juni 2028 ist dann der Stichtag. Gut, ich glaube, das war jetzt auch nochmal wichtig. Ich habe noch eine pragmatische Frage und zwar, wie viel kostet eigentlich die Wärmeplanung für die Kommune? Das ist eine sehr gute Frage. Also in Baden-Württemberg gibt es eine Konnexitätszahlung für die verpflichteten Kommunen und für die anderen freiwilligen Kommunen gibt es Fördergelder, recht üppig. Und das hat jeweils eigentlich so ungefähr ausgereicht. Das heißt, irgendwie eine Kommune mit 20.000 Einwohnern lag so vor zwei, drei Jahren vielleicht bei 50.000, 60.000 Euro. Jetzt haben wir beim Bundesförderprogramm, was schon wesentlich umfassender war, wie die Landesplanung in Baden-Württemberg plötzlich teilweise von Angeboten gehört, aus anderen Bundesländern, die eher richtigen halben Millionen gehen. Das heißt, ja, das ist sowohl eine Fragestellung nach Leistungsumfang. Und ich würde sagen, dass das Bundesgesetz jetzt wieder etwas geringeren Leistungsumfang hat wie die Bundesförderung, was ganz gut ist, weil die Bundesförderung eine große Überlappung hatte zur BEW, zur Bundesförderung für effiziente Wärmenetze. Und die Wärmeplanung ist nun mal keine Wärmenetzplanung. Und das wurde da so ein bisschen vermischt mit Fokusgebieten. Und ja, aber wo sich der Preis einpendelt, ist natürlich auch eine Frage von Nachfrage und Angebot. Also wie schnell, wie viele Planungsbüros stehen jetzt da, die das wirklich auch können. Und ja, wird man schauen müssen, wo sich der Preis einpendelt. Aber ich glaube, es lohnt sich eher, schneller zu sein, wie lange zu machen. Ja, es gab auch noch eine Frage nach dem Zusammenhang zwischen der Wärmeplanung und dem BEG. Ich würde die jetzt mal hinten anstellen und morgen noch mal wieder aufgreifen und lieber noch mal einen anderen Komplex hier anreißen. Und zwar die Frage nach der Förderung im BEG. Das ist nun so ein bisschen am Rande unser Thema, aber sicherlich auch interessant. Und zwar war die Frage, lohnt es sich eigentlich jetzt noch, Förderanträge zu stellen? Zum Beispiel für Wärmepumpen kommt man eventuell dabei sogar besser raus, als wenn man die Förderanträge ab 2024 stellt. Das ist nämlich tatsächlich, finde ich auch persönlich, in den Förderrichtlinien ein bisschen kompliziert zu verstehen, was wirklich vorteilhafter ist. Ja, abschließend kann man die Frage erst mal nur beantworten, wenn dann endlich die neue Förderrichtlinie draußen ist. Und die ist immer noch nicht draußen. Das heißt, man kann sich nur momentan auf verschiedene Veröffentlichungen stützen und hoffen, dass man es richtig erfasst hat. Es sieht so aus, dass der Fördersatz immer mindestens so hoch ist oder in vielen Fällen sogar höher wie aktuell. Was aber runtergeht, sind die maximal förderfähigen Kosten. Und pauschal würde ich sagen, insbesondere in Fällen, wo bisher eine Gasheizung eingebaut ist, die jünger als 20 Jahre ist, da ist es gegebenenfalls bei hohen Kosten günstiger, die noch mit der alten Förderung zu beantragen. Weil in Zukunft für eine Wohneinheit förderfähige Kosten nur bei 30.000 Euro liegen, aktuell aber förderfähige Kosten bei bis zu 60.000 Euro. Das ist so sehr komplex. Dagegen ist, wenn ich vielleicht noch die Kreditförderung nutzen will für den nicht geförderten Teil, dass ich noch KfW-Kredit bekomme mit langen Laufzeiten, dann würde ich wieder zur neuen Förderung gehen, damit ich auch den Kredit tatsächlich bekomme. Ja, vielen Dank. Das ist auch, glaube ich, noch mal ein wertvoller Hinweis für viele Endverbraucher. Ja, wir kommen jetzt in Richtung Ende unserer Zeit, die wir uns vorgenommen haben. Und wir haben aber ja auch noch morgen einen Tag, wo wir auch noch mal ganz viel Info bekommen. Deswegen möchte ich mich an dieser Stelle sehr herzlich bedanken für den spannenden Input. Ich glaube, es war wirklich eine sehr umfassende Information, die zum gegenwärtigen Zeitpunkt gar nicht so viele Leute liefern können. Also vielen Dank an die Lea, auch für die Chatbetreuung, auch an die Chatmoderation von meiner Kollegin. Und ich wollte eben, morgen gibt es eben halt auch diese Möglichkeit teilzunehmen. Sie können sich noch anmelden. Und wir würden uns freuen, wenn Sie auch die Möglichkeit nutzen, uns ein Feedback zu geben über den QR-Code oder über den Link. Da machen wir so eine Umfrage, wie das bei Ihnen angekommen ist. Ich möchte mich auch bei Ihnen wirklich sehr herzlich bedanken für das lange Durchhalten. Es sind ja also ein Großteil der Teilnehmenden noch bis zum Ende da geblieben. Und ja, vielen herzlichen Dank an alle. Ich wünsche einen schönen Abend und bis morgen.